Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch. Nach 1950, 1952 und 1984 gewinnt der VfB Stuttgart zum viertel Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen, jetzt kommt er weiter mit David Berger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Kipizza hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß. Das kommt vor und jetzt sieht das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister! Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend Sebastian! Schönen guten Abend Ricky! So Sebastian, nach der Partystimmung folgt der Kater, so ist das schon immer gewesen hier beim VfB und dementsprechend sitzen wir nach einer harmonischen Mitgliederversammlung am heutigen Dienstag zusammen und müssen über, ja, was, über eine verkorkste Hinrunde sprechen oder es ist nicht ganz so schlimm. Es ist vielleicht sogar eine zu erwartende Hinrunde gewesen, mit Höhen und auch Tiefen. Darüber soll es heute gehen. Sebastian, erstmal dein Gemütszustand nach gestern Abend, nach dem Kampfspiel, darf man das so sagen, gegen Darmstadt. Ja, aber wir hatten ja eigentlich auch nichts anderes erwartet. Wir hatten vielleicht nur erwartet, dass die VfB-Mannschaft irgendwie dieses Spiel irgendwie etwas besser vorbereitet oder anders annimmt. Ja, ich bin doch, wie du sagst, nach Sonntag waren wir so ein bisschen euphorisiert, weil alles so harmonisch lief bei der Mitgliederversammlung. Und ja, 24 Stunden später wurden wir dann doch wieder auf den Boden der nüchternen sportlichen Tatsachen geholt, nach dem 1 zu 1 in Darmstadt, was ein Spiel, das genau so verlief, wie wir es befürchtet hatten. Man hat in den letzten 24 Stunden viel gelesen zu diesem Spiel. Also davor ging es ja schon los, als die Aufstellung bekannt gegeben wurde. Da waren einige nicht ganz zufrieden mit der Entscheidung, dass Bredlow im Tor stand. Es gab auch Leute, die meinten, ach, der Komm ist schon wieder vorne drin. Ich weiß auch nicht, ob das das Richtige ist. Wie warst du denn so insgesamt zufrieden mit der Aufstellung, die Tim Walter uns beschert hat? Ich fand es völlig okay. Also ich habe mich ein bisschen gewundert, dass er schon am Freitag in der PK diese Baustelle im Tor aufgemacht hat, die ich eigentlich nie gesehen habe, weil ich hatte es, glaube ich, letzte Woche gesagt. Ich finde, wir haben zwei gute Torhüter. Und klar, wenn er jetzt der Meinung ist, dass Bredlow besser ist als Kobel, dann kann er natürlich auch die Nummer 1 wechseln. Es ist halt dann wiederum die Frage, ob man nicht dieses Jahr noch zu Ende spielt mit Kobel und dann in der Winterpause offen dann den Konkurrenzkampf um die Nummer 1 nochmal neu aufruft. Weil ich glaube, dass wir jetzt ja Gregor Kobel sicherlich auch nicht in seiner Sicherheit helfen, dass er jetzt nicht mehr im Tor steht. Aber grundsätzlich mit Fabian Bredlow haben wir noch nie verloren. Und er hat auch in Darmstadt wieder ordentlich gehalten. Also kein großes Problem. Dass Silas für die Davi reinkam, hat mich ein bisschen gewundert. Ist aber vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass der Einsatz gegen Nürnberg für die Davi dann vielleicht tatsächlich noch zu früh kam. Ja, aber ansonsten war die Aufstellung okay. Also ich finde, einen Gommes in Bestform und einen Gommes, der in einem Spiel drei Abseits-Tore schießt, den brauchst du als VfB aktuell zwingend, weil er der Einzige ist, der so mit letzter Konsequenz das Tor erzielen will. Auch wenn es nicht funktioniert, aber er will es zumindest, ohne noch irgendwie drei bis acht Haken oder Querpässe einlegen zu müssen. Also zur Torwart-Personalie, da kann ich den Wechsel nachvollziehen, weil man halt schon gemerkt hat, dass Kobel in den wenigen Momenten, in denen der VfB das Spiel hätte schnell machen müssen, zum Beispiel gegen Osnabrück oder auch gegen Sandhausen, immer so Unsicherheiten drin hatte und nicht den Ball schnell genug abgeworfen hat. Also er hat immer einen freien Mann gesucht, hat den offensichtlich nicht gefunden oder traute sich nicht, den Ball zu weit zu werfen oder weit zu schlagen. Ich weiß nicht, was das war, aber ich kann mich erinnern, dass Kobel häufig dann eigentlich dabei war, den Ball abzuwerfen, nochmal abgebrochen hat und dann so die typische Geste gemacht hat, Mensch, wo soll ich den Ball denn hinwerfen? Und da sieht man bei Predlo dann doch eine größere Risikobereitschaft. Das ist mir schon aufgefallen. Auf der Linie finde ich Kobel ein bisschen besser als Predlo, aber wie du schon gesagt hast, Predlo hat das gestern nicht allzu schlecht gemacht, hat hier und da auch mal ein bisschen Glück gehabt, muss man ehrlicherweise gestehen. Und auf der anderen Seite hatte Kobel bei dem ein oder anderen Gegentor, das wir zuletzt bekommen haben, vielleicht dann auch wiederum ein bisschen Pech oder sah etwas unglücklich aus. Also es ist immer echt wirklich schwierig jetzt zu sagen, ob man den Torhüter in der laufenden Saison bzw. in der laufenden Hinserie in dem Fall wechseln sollte. Vielleicht sieht Walter halt hier einfach Potenzial, sich noch zu verbessern. Und das, und da sind wir ja jetzt schon bei der großen Trainerdiskussion, ist ein Punkt, den ich Walter in der kompletten Hinrunde einfach zugutehalten möchte. Dass ich immer erkenne, dass er versucht, etwas zu verändern, was anzupassen und Rückschüsse aus schlechteren Leistungen zu ziehen. Kam dir das auch so vor, dass Walter praktisch versucht hat, die Fehler zu vermeiden, die man zum Beispiel in Sandhausen gemacht hat, zu Beginn, als man einfach spürbar nicht so richtig im Spiel war und man hat sich einfach zu leicht die Tore gefangen. Also ist dir das auch aufgefallen, dass Walter hier versucht hat, entgegenzuwirken mit der ein oder anderen Umstellung? Nee. Echt nicht? Okay, sind wir schon mitten in der Diskussion. Nee, also ich sehe nicht, dass er halt irgendwie kontinuierlich verbessert. Also ich habe das Gefühl, dass er Spieler hat, die er halt unbedingt auf dem Platz sehen möchte. Also wir hatten am Anfang der Saison Karasor, der vermutlich viel zu lange immer gespielt hat, jetzt dann vielleicht viel zu wenig spielt. Also vielleicht wäre es ja auch jemanden, den man vielleicht mal wieder bringen kann. Also wir haben jetzt Spieler im Kader, die halt komplett abgemeldet sind, halt Karasor oder Clement. Jetzt ist der neue Spieler, der immer spielen muss, anscheinend Philipp Förster. Und dass er jetzt, dass ich jetzt gesehen habe, dass er aus dem letzten Spiel Rückschlüsse zieht, optimiert und dass es dann besser wird, kann ich so nicht bestätigen, weil wir haben jetzt die letzten vier Auswärtsspiele nicht gewonnen, die letzten drei vor dem Unentschieden Darmstadt verloren und eigentlich immer nach demselben Muster. Also du kriegst früh ein Gegentor, jetzt gestern war es mit 20 Minuten noch relativ spät, kommst dann nicht wirklich in, kannst keinen Gang hochschalten, um was dagegen zu tun. Schiebst dir die Bälle relativ hilflos quer hin und her und schießt halt dann zu wenig Tore, entwickelst zu wenig Gefahr, bist vorne nicht konsequent genug. Also ich sehe da schlichtweg über die letzten vier Auswärtsspiele keine Verbesserung. Also was mir halt aufgefallen ist, für mich sehe ich diese Verbesserung dahingehend, dass ich zum Beispiel auf der Torhüterposition den Wechsel vornehme und einfach einen Spieler bringe, der, ich sag mal, etwas mehr Tempo ins Spiel mit einbringen kann, durch schnelle Entschlüsse in dem Moment, wenn der Ball abgeworfen oder abgeschlagen werden muss. Dann, finde ich, war auch ein richtiger Rückschluss, dass Castro wieder auf die Linksverteidigerposition gezogen wurde und Sosa nach vorne gestellt wurde. Der hatte zwar keine besonders gute erste Halbzeit, muss man sagen, aber er hat dennoch das Tor gemacht und war für mich in der zweiten Halbzeit, ja, einfach mit der Impulsgeber nach vorne, hat die, weiß ich, mit besten Torschancen eingeleitet. Also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Was ich auch Tim Walter einfach zugute halte, ist, dass er mit Silas nochmal eine neue Komponente jetzt reingebracht hat, die uns in den letzten Spielen einfach gefehlt hat. Also wir haben ja immer wieder darüber geklagt, dass es zu viel oder dass der Ball viel zu viel hin und her geschoben wird. Du hast es gerade eben auch gesagt, jetzt haben wir mit Silas jemanden drin gehabt, der einfach mal so ein komplett neues Ding mit reinbringt, nämlich versucht durch Dribblings zu Torschancen zu kommen, nicht offensichtlich vor dem Tor nochmal den Ball querzulegen, sondern immer den Abschluss zu suchen. Das fand ich schon gut. Also das sind für mich die Rückschüsse, die Tim Walter gezogen hat aus den letzten Spielen. Aber ich gebe dir natürlich recht, die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache. Es gibt da keine Entwicklung, sprich man gewinnt die Spiele auswärts nicht, man kriegt zu leicht die Gegentore. Aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wie du als Trainer das 1 zu 0 taktisch besser verteidigen möchtest. Also für mich waren das wieder zwei individuelle Fehler. Auf der einen Seite Silas, der nicht gesehen hat, dass Melem da relativ frei im Raum steht. Jetzt kann man sagen, gut, Silas ist, glaube ich, ein 99er-Jahrgang. Ja, 99 oder 2000, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall noch ein junger Spieler, der macht Fehler, der muss mit Sicherheit dann auch noch dazulernen, das ist okay. Endo ist für mich ein Spieler gewesen, der da vielleicht hätte schneller schalten müssen und wenigstens den Raum decken müssen vor Melem. Dann hätte es nämlich diesen, ja, Steilpass, wenn man das so nennen kann, ja, war es ja einer, den hätte es dann gar nicht gegeben. Also ich finde, das sind schon wieder individuelle Fehler, die du als Trainer taktisch gar nicht verhindern kannst. Also hier muss vielleicht der ein oder andere Spieler dann an sich arbeiten, beziehungsweise Tim Walter muss mit diesen Spielern arbeiten, der gehört natürlich da mit dazu. Ja, aber gerade bei Silas, das war für mich so eine Personalie, die fand ich gestern richtig gut, dass er den Jungen gebracht hat von Beginn an, weil der einfach uns ein bisschen unausrechenbarer vorne gemacht hat. Wobei ich natürlich auch wieder auf Twitter gelesen habe, dass die Ersten sich darüber aufgeregt haben, dass Silas zu oft selber dann den Abschluss suchte, da dachte ich mir auch, hey, letzte Woche beschwert sich jeder, dass ständig gepasst wird. Jetzt ist es nicht recht, dass jemand den Abschluss sucht, beziehungsweise Einzelaktionen versucht zu verenden. Also ist es auch schwer, allen recht zu machen. Also ich habe gar keine Frage. Und Silas war sicherlich ein Lichtblick, weil er der Einzige war, der so ein bisschen Chaos in die Darmstädter Defensive reingebracht hat. Wirklich der Einzige. Und natürlich fällt das Tor wieder aus einer Kette von individuellen Fehlern. Und weil Philipps zu langsam ist und weil Badstuber noch mit Kopfschütteln beschäftigt ist, während der Angriff dann schon wieder läuft. Klar, aber es passiert halt immer wieder und immer wieder. Und dann, wenn du nach einer Hinrunde als VfB Stuttgart ganze zwei Auswärtssiege hast, dann ist das ja kein Pech mehr. Also natürlich ist nicht nur der Trainer schuld, nicht nur die Mannschaft schuld, sondern du hast auch viel Pech dabei. Aber ja, ich denke, nach 17 Spielen kannst du einfach dann eine Bilanz ziehen. Und wenn die dann halt sagt, du hast auswärts genau zweimal gewonnen, dann stimmt halt irgendwas nicht. Ja, ich tue mich damit schwer so ein Stück weit, weil ich halt einfach erkenne, dass unsere Gegner halt immer wieder das gleiche Muster anwenden. Nämlich sie lassen uns den Ball und warten auf den einzigen Umschaltmoment, den es dann zu Beginn eines Spiels gibt und nutzen den dann in der Regel auch mit einem Torerfolg. So, das ist das, was wir ja jetzt die ganze Zeit eigentlich gesehen haben, seit dem Wien-Wiesbaden-Spiel. Klar, und das ist ja auch sehr dankbar, weil er hat ja heute jemand auf Twitter geschrieben, diese Taktik kannst du spielen, da brauchst du nicht mal gute Fußballer, sondern du brauchst da vorne nur einen drin, der einigermaßen schnell ist und vielleicht mal das Tor trifft. Das reicht schon. Und den Fußball, den der VfB spielt, da brauchst du halt vorne Automatismen, Spielverständnis, Kreativität. Und das haben wir halt einfach gerade nicht. Und dann könnte man ja sagen, okay, das klappt halt nicht so, dann müssen wir es irgendwie anders machen, vielleicht über Standards, oder da muss auch mal eine Ecke reichen, um ein Tor zu schießen. Und auch das klappt nicht, weil wir halt wahrscheinlich die schlimmsten Standards der ganzen Liga fabrizieren. Also ich bin da echt ein bisschen desillusioniert. Wir haben schon sieben Tore nach Eckbällen erzielt, das ist nicht so schlecht. Also es ist nicht gut, ich bin da schon bei dir. Also diese Eckbälle, ja, ich sehe das auch, dass da einfach, also ich finde ja prinzipiell, die Idee, eine Ecke kurz auszuführen, nicht schlecht. Ja, aber es müssen halt gewisse, und das hast du ja schon gesagt, Automatismen greifen, beziehungsweise es muss irgendwie ein Plan dahinter stecken. Also wenn ich halt sehe, dass ich eine Ecke, ich weiß nicht, zu dem am nächsten positionierten Spieler spiele, und der schießt dann nochmal eine Position weiter nach hinten, und wir sind dann wieder im komplett völlig ungefährlichen Bereich, sprich irgendwo am Mittelkreis oder so, dann macht das für mich wenig Sinn. Aber im Prinzip mag ich das ja, dass man auch bei Ecken, Standards und so kreativ zu Werke geht. Aber da fehlt momentan komplett irgendwie eben dieser kreative Faktor. Und ich glaube, das liegt halt daran, dass Daniel Di Davi nicht dabei ist und jetzt auch schon länger fehlt. Castro ist irgendwie nicht der kreative Kopf. Aber ich frage mich halt auch, wer soll die Kreativität in unserem Spiel, oder wer soll die mit reinbringen? Also ich sehe das bei Silas ein Stück weit, der neben seinen kreativen Ansätzen natürlich auch so sehr ungestüm ist, möchte ich mal sagen. Das muss man, glaube ich, so einen jungen Spieler auch einfach lassen. Das zeichnet ihn ja auch ein Stück weit aus. Dann hast du mit Förster noch so einen Halbbegabten. Also man erkennt schon, dass der nicht schlecht ist. Aber du merkst halt auch, warum er bislang bei keinem Bundesliga-Verein groß auf dem Zettel stand oder so. Das erkennt man jetzt halt einfach. Und dann wird es ja schon eng. Also dann fehlen uns ja einfach schon Spieler, die Kreativität mit ins Spiel bringen können. Ja genau, wir müssen uns ja dann auch mal fragen, also es geht ja immer wieder dann die Mär umher von dem wahnsinnig guten Kader. Und da muss man sich auch fragen, na ist der Kader wirklich gut oder ist er halt nur teuer? Weil wenn du jetzt siehst, links hinten spielt Castro, die zwei Linksverteidiger, die eigentlich im Kader stehen, die spielen entweder gar nicht oder woanders. Rechts hinten hast du genau einen Spieler, der spielt, das ist ein Leihspieler. Du hast keine Außenspieler. Also dann muss man sich fragen, ja der Kader ist natürlich so gut, dass er eigentlich jedes Spiel gewinnen könnte. Aber ist er so überragend, wie wir ihn sehen? Oder ist er halt schlichtweg nur teuer? Oder ist er überhaupt teuer? Weil eigentlich war ja Silas der Einzige, der für viel Geld gekommen ist. Alles andere waren ja doch eher so Zweitliga-Einkäufe mit Clement und Al-Ghadoui oder wurden ausgeliehen. Ja, da bin ich bei dem Punkt, da kann man mit Sicherheit über Tim weiter sprechen. Weil er natürlich dann auch vielleicht den ein oder anderen Spieler weiterentwickeln muss und vielleicht dann auch mal aufbauen muss, wenn es nicht so läuft. Also wir haben ja vor zwei Folgen, glaube ich, schon darüber gesprochen, dass Spieler, die mal nicht so gut gespielt haben, direkt verschwunden sind, ja, aus dem Kader beziehungsweise überhaupt nicht mehr eingewechselt werden oder so. Das finde ich einfach schwierig, gerade bei jungen Spielern, auch bei einem Spieler wie Clement, der überhaupt keine Rolle mehr spielt, der auch nicht immer gut gespielt hat. Aber ich meine, woher soll er sich jetzt das Selbstvertrauen holen, wenn er nicht die Minuten bekommt? Also der ist ja auch komplett außen vor. Genau, und wir brauchen ja den Paderborn-Clement. Der muss ja keine, was waren es, 16 Tore schießen oder 16 Scorer-Punkte machen. Aber wenn der jetzt mal irgendwie drei, vier, fünf Mal treffen würde, das würde uns ja schon arg weiterhelfen. Aber dass der halt gar keine Rolle spielt, das ist extrem bitter. Ja, und vor allem, wenn du theoretisch auch noch wechseln könntest. Das war ja gestern so, gegen Darmstadt hat er nur zweimal gewechselt. Da frage ich mich natürlich auch, warum? Also warum bringst du jetzt nicht noch jemanden von der Bank eben so einen Clement, der vielleicht mit einem Standard auch irgendwas machen kann? Also das ist ja genau der Punkt, den ich dann weiter schon auch vorwerfen würde, dass er da vielleicht nicht immer das Potenzial des Kaders komplett ausschöpft. Ja, ich bin natürlich jetzt auch nicht im Training und kann nicht beurteilen, wie gut sind die Spieler gerade drauf? Oder gibt es vielleicht auch andere Probleme? Ja, da hört man ja auch schon das ein oder andere, dass manche Spieler unzufrieden sind, wie auch immer. Aber es gab für mich im Laufe der Hinserie immer mal wieder so Momente, da habe ich schon mit dem Kopf geschüttelt. Zum Beispiel auch als Al-Ghadoui, ja, eigentlich einen Lauf hatte als Joker. Da gab es ja dann auch diese PR-Kampagne vom VfB mit dem Joker und Al-Ghadoui, ja. Und dann bekommt er seinen Startelf-Einsatz, es läuft nicht so gut und zack sitzt er wieder auf der Bank. Da denke ich mir manchmal auch, vielleicht musst du dann auch ein bisschen mehr Vertrauen dem Spieler geben und ihn nochmal aufstellen und, ja, einfach die Möglichkeit geben, sich mal festzuspielen. Weil das fehlt ja auch ein Stück weit, dass eben Spieler viel zu selten, ja, auch nach einem schlechten Spiel mal noch eine Chance bekommen und sich so Automatismen bilden können. Also, da fehlt mir halt einfach so ein Stück weit, jetzt sage ich das schlimme Wort, die Kontinuität auch in der Startelf. Also, ich tue mich damit ein Stück weit schwer, weil du musst natürlich auch die Breite des Kaders dann wiederum ausnutzen. Ja, wenn ein Spieler halt nicht liefert, also ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit, weil ich finde auch alles nicht so schlecht, wie es bei manchen rüberkommt. Also, ich sehe schon, dass der VfB auch gegen Darmstadt eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht hat. Also, du hast die Chancen, um hier als Sieger vom Platz zu gehen und hast ein bisschen Pech mit einem Pfostenschuss, hast Pech mit der knappen Abseitstellung und, ja, fängst dir halt wieder ein blödes Gegentor, muss man halt einfach so sagen, das kannst du besser verteidigen. Deswegen, ich tue mich wirklich schwer damit zu sagen, das liegt jetzt nur an Walter. Und man muss dazu sagen, die anderen Mannschaften, die aktuell vor uns stehen, Hamburg und Bielefeld, die bekommen ja jetzt ähnliche Probleme wie der VfB. Also, gerade bei Hamburg siehst du es jetzt auch, die haben in den letzten sechs Spielen sechs Punkte geholt. Was machen die Gegner, seit Hamburg so gut gestartet ist? Sie stellen sich genau wie gegen den VfB hinten rein, warten auf den einen Fehler, der immer vorkommt. Das ist halt auch der Grund, warum Hamburg, Stuttgart oder auch andere Mannschaften in der zweiten und nicht in der ersten Liga spielen und nutzen dann diese Chancen aus. Und die Mannschaften wie eben Stuttgart und Hamburg müssen sich halt Gedanken machen, wie sie vorne zum einen effektiver werden und auf der anderen Seite dann natürlich auch hinten besser verteidigen. Aber ich glaube, das ist halt einfach auch hier in dieser Liga, ja, ein Stück weit das Problem, dass du auch mit geringem Aufwand deine Punkte holen kannst. Und das ist halt einfach eine Liga, in der schlechter Fußball oft belohnt wird. Guck die Union Berlin an. Ja, aber du musst dann irgendwie dann verlangen, dass sich dann ein Team und ein Trainer auch mal irgendwann auf dieses schlechte Spiel des Gegners einstellen. Aber machen sie ja. Ich sehe es halt nicht. Also, ich sehe keine Entwicklung. Auch jetzt doch mal kurz zurück zum Thema Torwart. Ich habe Anfang der Saison, als dann der Bredow zum ersten Mal gespielt hat, gedacht, naja, aber so im Aufbau, also der bessere Fußballer ist definitiv Kobel, weil der kommt unter Druck besser mit dem Ball zurecht, findet dann halt mit den flachen Pässen, wenn er ins Spiel eingebunden wird, besser den Gegenspieler, wo Bredow halt den Ball dann früher irgendwie lang rauskloppen muss, weil er halt nicht damit zurechtkommt. Und das spielen wir ja gar nicht mehr. Also, wir spielen ja gar keinen Walter-Ball mehr. Also, gar nicht mehr einfach. Aber ist das nicht auch der richtige Rückschluss gewesen auf die, ja, wackelige Defensive in den ersten Spielen? Da haben wir doch oft darüber gesprochen, Mensch, da haben wir aber Glück gehabt, dass eben, was weiß ich, der Bochumer jetzt das Ding nicht reinmacht, sonst verlieren wir das Spiel. Und weiter, da war das Rückschlüsse, waren daraus, okay, wir müssen hinten stabiler stehen. Also kann ich meine Innenverteidiger nicht ganz so offensiv marschieren lassen, weil halt eben der Badstuber zum Beispiel ein Tempodefizit hat. Ich muss das so ein bisschen angleichen, auf der anderen Seite muss ich Stenzel dann vielleicht doch eher auf seiner Rechtsverteidigerposition lassen, kann den nicht immer wieder ins Zentrum laufen lassen, weil sonst eben unsere rechte Seite komplett offen ist. Also sind das nicht eigentlich die richtigen Rückschlüsse des Trainers, dass er da etwas konservativer zu Werke geht? Klar, kann man so sehen. Aber dann muss man sich natürlich auch fragen, also, wenn Walter nicht mehr den Fußball spielen lassen kann, den er eigentlich spielen lassen will, also passt das überhaupt noch zusammen, weißt du, seine Taktik, er als Trainer und das Team? Oder funktioniert das dann gar nicht mehr so, wie es zum Beispiel in Kiel funktioniert, dass die halt ganz kompromisslos seine Taktik verfolgt haben und damit Erfolg hatten? Und was ich jetzt in den letzten Spielen beim VfB sehe, hat halt nichts mehr Einzigartiges oder nichts mehr, was wir uns vor der Saison erhofft haben, dass der VfB mutig spielt, unkonventionell, wild, risikoreich und so, das ist ja nichts mehr von da. Ja, aber ich meine, wir gewinnen zwar trotzdem nicht, aber trotzdem spielen wir halt irgendwie so 08-15-Fußball und das finde ich irgendwie sehr deprimierend. Ja, also diese Frustration, die verspüre ich bei mir auch, aber ich sehe halt auch gleichzeitig, dass sich schon was im Spiel verändert, also gerade das Thema Flanken, da haben wir uns schon so oft drüber aufgeregt, zu viele Flanken und vor allem kommen die nicht an. So, jetzt hat Walter aus meiner Sicht den richtigen Rückschluss daraus gezogen, dass Sosa relativ gut flanken kann, also ziehe ich den ein bisschen weiter nach vorne, defensiv hat er so seine Probleme, im Mittelfeld wird er vielleicht jetzt nicht allzu viel, ja, Defensiv-Duelle gewinnen müssen, dementsprechend ist das Risiko nicht so groß, ihn aufzustellen. Übrigens hat man auch gestern wieder gesehen, dass Sosa irgendwie ein ganz merkwürdiges Raumverständnis hat, also der erkennt einfach nicht, wenn er Räume abdecken muss oder so, also das geht ihm komplett ab, also gut, da rege ich mich nachher drüber auf. Gut, jetzt siehst du... Aber ist auch die Frage, warum jemand, der irgendwie dann doch solche Defizite hat, dann auch, glaube ich, von allen irgendwie als Spieler des Spiels gesehen wurde und der Torschütze ist, ne, also... Ja, weil der nach vorne hin... Ja, der hat ja auch geschrieben, also der war ja wirklich, wirklich gut und ist es, weil er die Vorgaben von Walter nicht umsetzen will oder kann oder so und dann ist er irgendwie der Beste auf dem Platz, das fand ich auch ganz bemerkenswert. Der wirkt in seiner ganzen Spielweise viel zu hektisch, gerade was das Defensivverhalten angeht, also das wirkt so, als ob er etwas planlos immer agiert und das ist ein großes Problem, ich weiß nicht, ob er halt einfach überfordert ist, also das vermute ich, die Situationen stressen ihn und ihm gelingt es nicht, die richtige Entscheidung zu treffen und es dauert auch viel zu lange, also ich könnte mir vorstellen, wenn du Borna Sosa jetzt in der Bundesliga in der aktuellen Form sehen würdest, als Linksverteidiger, das wäre ja nicht so gut, also das würde komplett nach hinten losgehen, weil das Tempo ja noch höher ist, aber nach vorne bringt er eine Menge mit ein, also jetzt hier in dem Spiel zum Beispiel haben wir eine relativ solide Quote, möchte ich mal sagen, 31 Flanken, 12 kamen an, damit kann ich ehrlicherweise leben, also das ist für mich noch okay, es könnte natürlich noch besser sein, auf der anderen Seite hat Tim Walter sein Passspiel deutlich reduziert, spielt auch vertikaler, jetzt werden die Ersten wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was, wir spielen doch nur in die Breite, dann kommen die Nächsten und sagen, das Spiel wird überhaupt nicht mehr breit gemacht, also, und was für mich dann eigentlich der Rückschuss daraus ist, es ist von allem etwas dabei, also ich sehe schon, dass Walter versucht, das Spiel breit zu machen, gleichzeitig versucht er trotzdem im Zentrum irgendwas zu kreieren, aber es scheitert an, ja schon auch an Kleinigkeiten und dann aber auch an der Qualität einzelner Spieler, so, und jetzt kann man darüber sprechen, ist der Kader gut genug, groß genug ist er definitiv, welche Spieler befinden sich hier gerade in einem Leistungsloch, welche wurden einfach nur überschätzt, ja, also guck dir Förster an, ich hätte jetzt gerne Statistik, die habe ich mir leider nicht rausgesucht, wie oft Philipp Förster in der Hinrunde aufs Tor geschossen hat und wie oft er es getroffen hat, ja, also du hast einen Spieler, der so oft in aussichtsreichen Positionen den Ball bekommt, aufs Tor schießt und entweder verzieht oder, ja, keine Ahnung, dann eben nicht das Tor trifft, so, und da fällt es mir halt dann wieder schwer, den Trainer für zu kritisieren, jetzt kannst du mir entgegnen, ja, da muss halt jemand anders spielen. Da muss doch jemand anders spielen, der Förster spielt dauernd und trifft das Tor nicht, also ich meine, der hat, glaube ich, auch schon jetzt zwei, drei Saisontore, also dann ist ja noch einer der Besseren, aber grundsätzlich finde ich schon, dass wir zu wenig Leute auf dem Platz haben, die verlässlich Tore schießen und die überhaupt offensiv sind, also wenn dann Sosa und Santi deine Offensivspieler sind, ist halt auch schon wieder schwierig. Da bin ich bei dir, also das ist mir auch gestern wieder aufgefallen, wenn du mit Sosa und Aska Siba dann den einen Konter spielen musst, den du vielleicht mal in so einem Spiel hast gegen Darmstadt, das sieht dann schon etwas merkwürdig aus und dann guckst du auf die Bank und siehst halt, okay, also es gäbe schon Spieler, die du vielleicht dann eher einsetzen könntest, Mangala zum Beispiel, der allerdings, muss man ehrlicherweise sagen, in der Hinrunde bislang auch eher enttäuscht hat, also überzeugt hat er mich nicht, kann aber auch daran liegen, dass ihm das Vertrauen fehlt, ja, also wenn du den zum Beispiel als Sechser installieren könntest, ich bleib dabei, das muss eigentlich funktionieren, das ist genau der Spieler, den ich momentan vermisse in dieser, ja, in dieser Rolle zwischen, als Vermittler möchte ich sagen, zwischen Abwehr und Mittelfeld. Endo macht das sehr, sehr gut, aber trotzdem merkst du in manchen Situationen, vielleicht hat das dann auch was mit der Sprache zu tun, dass das nicht so richtig eingespielt ist, ja, also es gibt dann oft zu große Lücken zwischen Abwehr und Mittelfeld und, ja, ich glaube schon, dass es jetzt nicht ein Qualitätsdefizit von Endo ist, sondern dann oft auch ein Abstimmungsproblem einfach. Und da könnte ich mir vorstellen, Mangala in einer besseren Form ist eigentlich der ideale Sechser für unser Spiel, aber irgendwie kriegt das halt nicht gewuppt. Genau, aber jetzt können wir dann auch darüber diskutieren, also wenn man jetzt den ganzen Kader mal durchgeht, haben wir vermutlich keinen einzigen Spieler, ich würde jetzt mal Santi vielleicht ausnehmen, der das bringt, was er bringen kann und dann muss man ja fragen, warum ist das so und dann stellt man sich schon wieder die Frage auch nach dem Trainer, ne, also wir hatten, glaube ich, am Anfang immer gelobt Gregor Kobel und Pascal Stenzel, weil die wirklich die einzigen beiden waren, die unserer Meinung nach immer sehr gut performt haben, jetzt ist der Pascal Stenzel irgendwie auch schon länger in so einem kleinen Leistungsloch, also er hat gegen Darmstadt gut gespielt, aber war da vorne im Leistungsloch, Gregor Kobel hat seinen Stammplatz verloren und alle anderen bringen halt auch nicht das, was sie bringen könnten und wenn das auf alle zutrifft, dann könnte das Problem dann ja auch wieder von zentraler Art sein. Der Trainer ist letzten Endes verantwortlich, gar keine Frage und wenn die Spieler nicht die Leistung abrufen, die man erwarten kann und vielleicht auch schon gesehen hat von dem einen oder anderen, ja, dann bin ich schon bei dir, klar, dann fällt es am Ende auf den Trainer zurück. Genau, weil ich meine, es gibt ja keinen Grund, dass irgendwie Mario Gomez, Nikolas Gonzalez, Al-Gadoui und Klement nicht zusammen 25 bis 30 Tore erzielt haben, da gibt es keinen Grund für, ne, also wenn die können's. Ja, wobei, du siehst halt bei Mario Gomez, das muss ich jetzt, also da muss ich erstmal was anderes sagen, mir geht das scheißblöde, sorry, aber dieses Abseitsgejammer so auf den Sack, ganz ehrlich, ich verstehe ja, dass man sich darüber aufregen kann, dass es jedes Mal extrem knapp ist und dass diese Technik sehr fragwürdig ist, ich bin bei jedem, der das Ganze anprangert und ich bin der Erste, der dafür wäre, den Mist wieder einzustampfen, ja, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, aber man sieht halt eben auch, wie es immer wieder zu diesen Situationen kommt. Mario Gomez ist in diesen ersten, oder ja, in dem Antritt, ja, in den ersten Metern einfach viel zu langsam und das ist der Grund, warum er versucht, immer ein bisschen früher zu starten, als seine gegnerischen, äh, oder die gegnerischen Verteidiger und deswegen steht er häufiger im Abseits als vielleicht ein Spieler, der von Grund aus schon einen schnelleren Antritt hat. Das ist jetzt nicht die einzige Erklärung für das Problem, dass Gomez ständig im Abseits steht, aber es ist ein Grund, warum es nicht so richtig funktioniert und dann sehe ich halt Mario Gomez wirklich nicht mehr als den Nummer-ein-Stürmer beim VfB Stuttgart. Die Zeiten sind leider Gottes vorbei, also, da bleibe ich dabei, auch wenn er jetzt in den letzten drei Spielen, glaube ich, wie viel, sechs Tore geschossen hat, eins zählte, die anderen fünf wollen abbekommen, ja, es ist ja alles gut, dass der kicken kann und Tore schießen kann, das wissen wir, nicht erst seit der Saison jetzt, aber für mich ist das insgesamt trotzdem nicht der Spieler, auf den ich jetzt bauen würde, wenn es darum geht, eine Mannschaft zusammenzustellen, die möglichst schnell wieder in die erste Liga aufsteigen soll. Ich sehe da andere Spieler in der Pflicht, also gerade Nikolas González, ja, der auch immer eine große Klappe hatte und nach Eindhoven wollte und Inter Mainland war interessiert und was weiß ich, aber wenn du den halt spielen siehst, da merke ich halt überhaupt keine Weiterentwicklung, ganz im Gegenteil. Ich habe eigentlich gehofft, dass nach seiner Nationalmannschaft-Nominierung, dass da nochmal ein Schub kommt, gar nichts passiert da. Also, es wirkt fast schon so, als ob er sich auf dem Erreichten ausruht und auch so ein bisschen jetzt beleidigt ist, weil er jetzt von der Bank kommen muss, da kam ja auch nicht viel. Ja, das hast du ja gestern relativ deutlich gesehen, ne, also, Haarsträumende Fehlpässe und bringt nochmal was und da kam echt gar nichts, ne, und dann haben wir wirklich ein Problem, weil wenn man jetzt sagt, okay, Mario Gomez bringt dann vielleicht altersbedingt einfach die Qualität nicht mehr rein, Nikolas González bringt sie vielleicht aus Mentalitätsgründen nicht rein und auch wenn er es reinbringt, dann trifft er das Tor halt zu selten und Al-Gadoui ist halt, ja, ein Stürmer, der halt aus Regensburg kam und dann haben wir vielleicht dann schon ein Problem, weil uns halt jemand fehlt, der verlässlich vorne knipst. Ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Also, ich glaube, da hat man sich etwas verkalkuliert, also, ich glaube, da hat man einfach darauf gehofft, dass Nico González aufgrund seiner Schnelligkeit deutlich effektiver sein wird in der zweiten Liga, das funktioniert jetzt offensichtlich nicht, er macht zwar dann und wann mal seine Kisten, aber viel zu wenig und ich glaube schon, dass Al-Gadoui und Gomez mehr oder weniger so als Backup da waren und man hat natürlich auch gehofft, dass ein Didavi, dass ein Clement häufiger trifft, dass natürlich auch ein Silas vielleicht das ein oder andere Tor mehr erzielen kann. Ja, da sind ja auch noch andere zu nennen. Förster, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, der irgendwie nie so richtig das Tor trifft, aber dann immer wieder in aussichtsreichen Positionen auftaucht. Genau, und dann hat das das Pech, dass sich halt ein Sascha Kalajcic halt so schwer verletzt, den das dann vermutlich zugeschnitten war, das Ganze. Auch das, also da gibt es schon auch Probleme, die ich jetzt nicht nur allein dem Trainer zurechnen will und ich frage mich halt, welcher Trainer könnte unser aktuelles Problem lösen, nämlich, dass wir gegen tiefstehende Gegner, die eigentlich überhaupt kein Interesse am Ball haben, zu mehr Chancen kommen, zu noch mehr Chancen kommen, so muss man es sagen und dann natürlich auch treffen, weil auch wenn es vielleicht nervt, die Statistiken immer runterzubeten, es ist nicht so, dass wir keine Chancen haben im Spiel, ganz im Gegenteil, wir arbeiten und Chancen, wir haben achtmal aufs Tor geschossen, das ist nicht wenig, das könnte mehr sein, aber es ist nicht wenig, wir haben Ballbesitz, ich weiß, das geht jedem inzwischen auf den Sack, das wird Ballbesitz, aber das wird uns einfach die komplette Saison begleiten, weil es wird niemals einen Gegner geben, außer vielleicht Hamburg und ja, wenn es mal irgendwie so ein merkwürdiges Spiel gibt, wie gegen Fürth, dann ist das vielleicht auch noch möglich, aber im Großen und Ganzen werden wir die Mannschaft sein, die den Ball hat, also da kommen wir einfach nicht drum rum, du kannst das nicht einfach abstellen, du kannst nicht sagen, so ab morgen bin ich keine Ballbesitzmannschaft mehr, das bringt die Qualität, die dieser Kader einfach hat, automatisch mit sich, dass der Gegner sich hinten reinsteht, dir den Ball überlässt und sagt, mach halt mal, guck mal, was jetzt hier abgeht, wir sind mit einem 0-0 zufrieden, also Darmstadt fühlt sich wie der Sieger, obwohl sie theoretisch das Spiel hätten auch gewinnen können, muss man ehrlicherweise sagen. Das wollte ich gerade sagen, weil es ist ja nicht so, dass ich, wenn du hinterher Trainer von Darmstadt, Kramotzis gehört hast und auch Spieler von Darmstadt, die standen ja nicht da und sagen, ja, das Tor war super, dann haben wir es irgendwie in Mann und Paus verteidigt und haben es irgendwie mit Zeit gebracht, nee, die hatten in der zweiten Halbzeit oder auch in der ersten, hatten sie ja noch Chancen und die waren am Ende tatsächlich nicht hundertprozentig glücklich über den Punkt, sondern die auch gesagt, naja, wenn es halt besser läuft, dann können wir hier auch gewinnen und das ist halt in jedem Spiel, so in jedem Auswärtsspiel eigentlich, was den VfB angeht, wo man hinten einfach da nicht vernünftig verteidigt, vorne zu viele Chancen liegen lässt, zu wenig Chancen generiert und das zieht sich über die ganze Hinrunde durch und dann ist das für mich auch kein Pech mehr und dann kann mir jemand da kommen mit Expected Goals, dass wir demnach irgendwie mit 10 Punkten Vorsprung Herbstmeister sein sollten, aber ja, so 17 Spiele am Stück, die lügen halt nicht und wenn immer wieder das Gleiche kommt und jeder sagt, ach Darmstadt, das wird genauso wie in Sandhausen, wird genauso wie in Osnabrück und es wird genauso und du hast wieder kein Rezept dagegen, dann ist mir das echt zu wenig, was der VfB da anbietet. Ja, aber ich kann dir nicht voll zustimmen, weil ich halt einfach die Fehler sehe, die so dilettantisch teilweise sind, dass ich ja einfach den Trainer fast schon schützen möchte. Also wenn halt ein Bartsch über so einen Pass spielt, wie eben vor dem Gegentor, also der dann zum Einwurf führte und dann, wie du schon gesagt hast, einfach damit beschäftigt ist, sich über sich selber oder über Castro aufzuregen, ja dann weiß ich nicht, ob ich das besonders professionell finde und gleiches kannst du sagen gegen Sandhausen, als man sich wirklich fast schon wie eine Schülermannschaft angestellt hat beim Verteidigen von Eckbällen, da tauchen plötzlich Bartsch über Castro und Gomez auf unserer Torlinie auf, statt dass einer auf den beiführenden Spieler geht und somit den Torschuss verhindert, nee, also das sind halt Fehler, wie sollst du solchen erfahrenen Spielern beibringen, was sie in dem Moment machen müssen, das wissen die doch selber und da frage ich mich halt, ob die Mannschaft bzw. der ein oder andere Spieler sich der aktuellen Situation bewusst ist, ja, also da spreche ich jetzt ganz gezielt die Gerüchte an, die es jetzt ja in den letzten Stunden sogar gab, dass Badstuber sich mit Walter in die Haare bekommen hat, was ich jetzt übrigens gar nicht so schlimm finden würde, ja, dass mal ein Führungsspieler und der Trainer sich irgendwie in die Haare bekommen, aber ich finde, nach dem Abpfiff sollte das einigermaßen gesittet dann trotzdem beendet werden, dieses Thema und ja, man sollte sich nicht so trennen, dass der komplette Stadioninnenraum danach darüber spricht, was es da für ein Problem gibt beim VfB zwischen Walter und Badstuber und gleiches geht für Gommes, der so ein bisschen die Taktik in Frage gestellt hat von Tim Walter, denke ich mir halt so, ey, ihr wart mit einer der Hauptgründe dafür, dass der VfB letzte Saison abgestiegen ist, also eure Nichtleistung aus der vergangenen Saison führte dazu, dass wir uns diesen Scheiß hier überhaupt antun müssen, so und also ich sehe es halt dann wirklich so, gerade ihr müsst mit Leistung vorangehen und ich erinnere da mal an Badstubers Rasenfunkinterview, wo er ja schon angedeutet hat, ja, also ein unerfahrener Trainer, der muss auch mal zuhören, was erfahrene Spieler sagen, die schon unter ganz großen Trainern trainiert haben und so, wenn das die Denke ist von solchen Spielern, das sind natürlich nur Mutmaßungen, es kann auch sein, dass es da ganz andere Probleme gibt, aber wenn das wirklich, wenn das die Einstellung ist von einem Spieler wie Holger Badstuber und Mario Gomez, dann, also, es ist halt einfach schwierig, auch als neuer, junger Trainer, sich da eine Position zu erarbeiten, Respekt zu bekommen von den Spielern und, ja, also das halte ich schon für ein extrem großes Problem und ich finde es eigentlich, also wirklich eine Frechheit und eine Sauerei, dass solche erfahrenen Spieler sich dann so verhalten, ja, also da finde ich eigentlich das Verhalten der Spieler, also unter aller Sau, anders kann ich es nicht sagen, ich finde, das geht halt einfach nicht, Badstuber hat sich nach dem Spiel da hinzustellen, mit seinem Trainer abzuklatschen, der muss noch nicht mal in die Kurve gehen, aber der steht da auf dem Platz so lang, bis alle sich von den Spielern verabschiedet haben und dann gehen die zusammen in die Kabine, fertig und dann kannst du dich da von mir aus, was weiß ich was nennen, aber solange die Öffentlichkeit, sag mal, den Fokus auf dich gerichtet hat, dann verhältst du dich auf dem Platz wie ein Profi und nicht wie ein, ja, eben wie eine Schülermannschaft oder so, also das finde ich halt einfach wirklich absurd, dass da ein einzelner Spieler seine eigenen Interessen oder seine eigenen Vorstellungen über die der Mannschaft stellt, also das, oder des Trainers, also das geht für mich gar nicht und da ist dann auch der Sportdirektor als Moderator ein Stück weit gefragt, also ich bin gespannt, wie das jetzt ausgeht, weil da wurde ja auch schon berichtet darüber, dass Mislintat und Walter sich auch nicht immer ganz grün sind, also da scheint es ja auch so einen kleinen Bruch zu geben, wobei auch hier möchte ich dazu sagen, da habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn der Sportdirektor und das Trainerteam nicht einer Meinung sind, das ist, glaube ich, auch normal, das darf auch mal sein und man darf sich da auch mal reiben, unterschiedliche Meinungen haben und dann sich darüber austauschen, das ist völlig normal, ist ja überall so, auch im normalen Beruf, aber wie gesagt, wenn man da auf dem Platz zusammensteht und 90 Minuten eben um den Sieg kämpft, wichtige drei Punkte im Aufstiegskampf, erwarte ich von jedem extreme Professionalität, vor allem von den erfahrenen Spielern, die natürlich damit auch, ja, ein Zeichen an die jungen Spieler senden, also das, da habe ich überhaupt kein Verständnis für so ein Verhalten. Ja, aber der Punkt ist ja, wenn diese Gerüchte, die ja von so vielen Quellen jetzt irgendwie bestätigt werden, dass es wahrscheinlich mehr als nur Gerüchte sind, wenn es da jetzt wirklich diesen Twist gibt zwischen Tim Walter und den erfahrenen Spielern, das ist ja, glaube ich, mittlerweile auch schon eine feste Redewendung beim VfB, die erfahrenen Spieler, dann muss ja irgendwas passieren, also da muss jetzt ja der Sportdirektor oder vielleicht auch der Sportvorstand irgendwas machen, weil wenn sich die erfahrenen Spieler und der Trainer nicht mehr grün sind, dann wird es ja nicht besser, dann können die ja nicht mehr miteinander und das heißt, irgendjemand muss jetzt ja ein Machtwort sprechen und entweder sagen, der Trainer muss weg oder die erfahrenen Spieler werden diszipliniert und man sagt halt dem Trainer, wenn du mit denen nicht mehr arbeiten kannst, dann spielen sie halt nicht mehr, aber diese aktuelle Situation, dass sich da irgendwie wichtige Komponenten des Vereins anscheinend, ja, nicht mehr grün sind, das geht ja zulasten der Leistung und zulasten des VfB und das ist für mich ja auch so ein Alarmsignal, weil es wird ja nicht besser, also warum sollte es gegen Hannover besser werden, ich meine, klar, die wollen wahrscheinlich mehr mitspielen als jetzt die letzten Gegner, die wir auswärts spielen durften, aber grundsätzlich geht es ja genauso weiter und tendenziell geht dieser Abwärtstrend dann weiter und deswegen finde ich, muss jetzt ja irgendwas passieren und das muss kein Trainerrauswurf sein, aber dann muss ja jetzt irgendwie ein Machtwort gesprochen werden und dann muss gesagt werden, ja, das ist der Trainer, mit dem spielen wir jetzt weiter und was der sagt, das gilt halt und wenn ihr es nicht gut findet, dann habt ihr halt Pech gehabt, aber dieses, diese, diese schwelenden Konflikte jetzt überall, das ist ja keine, keine Dauerlösung. Das ist auch noch ein Punkt, ähm, den man berücksichtigen muss, ist ja nicht so, dass Tim Walter, Holger Badstuber und Mario Gomez aufstellen muss, also wenn es da irgendwelche Probleme gibt zwischen Walter und den älteren Spielern, hat ja Walter auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ihr spielt nicht oder du spielst nicht, wie auch immer das ist, also ich will da auch ein bisschen vorsichtig sein, sage ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das immer so stimmt, wie das überliefert wird und es kann auch manchmal sein, dass ein Spieler sich vielleicht zur Taktik äußert, ja, und da auch was kritisiert, aber gar nicht damit meint, dass der Trainer Fehler macht oder dass es jetzt unbedingt am Trainer liegt, sondern dass halt vielleicht auch Teile der Mannschaft die Taktik nicht richtig umsetzen, ja, das kann ja auch sein, also man müsste jetzt den originalen oder den eigentlichen Tonmitschnitt haben von dem, was da gesagt wurde von Holger Badstuber und auch von Mario Gomez, glaube ich, am Zaun und bei einem offiziellen Fanklub-Treffen und sowas, also das, da bin ich immer oder versuche immer vorsichtig zu sein, aber man merkt trotzdem natürlich, dass es beim VfB eigentlich in den letzten Jahren immer so war, dass ab einem bestimmten Punkt, ja, so eine Fraktion an Spielern keinen Bock mehr auf das hatte, was der Trainer vorgibt, so, und dann hat die Mannschaft auch dementsprechend gespielt, ich erinnere da zum Beispiel an das Spiel gegen Augsburg unter Markus Weinzierl, so, da war es halt so, ganz ehrlich, keiner, überhaupt niemand hatte mehr Bock auf Markus Weinzierl und man war fast schon froh, dass der Trainer dann endlich entlassen wurde, aber das geht eigentlich nicht, dass du so auftrittst, als Fußballprofi, du hast ja eine gewisse Verantwortung dem Verein gegenüber, ich spreche jetzt noch nicht mal von den Fans, die da jede Woche mitreisen, ja, es sind ja auch genügend, ich weiß nicht, wie wir diesmal wieder dabei waren, ich glaube, 2000 oder so, die da Montagabend nach Darmstadt reisen und sich dann so eine Kacke, auf deutsch gesagt, mit angucken müssen, also du hast schon auch eine gewisse Verantwortung und solltest halt deinen Job, finde ich, so ausüben, dass man danach wirklich von einem Profi sprechen kann und nicht von jemandem, der sich verhält wie ein Kindergartenkind, also für mich ist das halt total kindisches Verhalten, mit dem möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten, deswegen, ja, sabotiere ich jetzt mehr oder weniger die Arbeit des Trainers, indem ich mich besonders sackendof auf den Platz anstelle. Manchmal sieht es ja wirklich so aus und manche Aussagen, die können ja kein Zufall sein, also die Spieler wissen ja auch, was Aussagen, was Verhalten für eine Wirkung haben, dafür sind sie ja schon viel zu lange im Fußballbusiness dabei, also so jemand wie Bartschubert kann ja nicht davon überrascht sein, dass danach darüber berichtet wird, dass er das Spielfeld mehr oder weniger wütend verlässt, mit dem Trainer sich noch ein Wortduell liefert und dann direkt in die Kabine verschwindet und mehr oder weniger nicht mehr gesehen wird. Also ihm muss doch klar sein, was das zur Folge hat. So, und da bin ich wieder bei dem Punkt. Also hier fehlt mir auch ein professionelles Auftreten der erfahrenen Spieler ein Stück weit. Das muss man auch definitiv kritisieren. Und, das sage ich noch mit dazu, mir fehlt dann auch hier schon innerhalb der Mannschaft so ein Bindeglied zwischen Trainer und der Mannschaft an sich. Also so ein klassischer Svonimir Soldo war das wahrscheinlich dann vor ein paar Jahren. Oder, ja, also, was will ich meinen? Also das fehlt halt auch total aktuell in der Mannschaft. Da bildet sich keiner heraus, der als Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft fungiert. Ja, fungiert. So ist es eigentlich richtig. Aber im Großen und Ganzen bin ich dran. Und deswegen hätte das auch vielleicht Atakan Karasor sein sollen, der es aber dann halt nicht mit Leistung unterfüttern konnte und natürlich auch kein gutes Standing hat, weil du kannst jetzt keinen Spielern erzählen, was sie machen sollen, wenn du selbst halt nicht die Leistung bringst. Aber, ja, aber diese ganze Chemie oder dieses ganze Klima in der Mannschaft mit dem Trainer, das scheint halt, um es mal vorsichtig zu formulieren, nicht optimal zu sein. Und man hört ja jetzt gerade in den letzten Tagen viel von Bad Stuber und von Gommis, aber man kann ja so viel schon verraten, es gibt wohl nicht nur Probleme mit den älteren Spielern, also wenn das stimmt, was man so hört, sondern es gibt auch durchaus Probleme mit jüngeren Spielern, die, ich sag jetzt mal, nicht ganz überzeugt sind von dem, was Tim weiter so vorgibt. Also, ohne da jetzt konkret werden zu wollen. Und das sind natürlich immer wieder unsere Rüchte. Da muss man auch gar keinen Namen nennen, aber wie du sagst, Spieler, die dann mal kurz irgendwie reingespült wurden und dann nicht ganz so gut gespielt haben, die sind auf einmal weg. Und wäre ich jetzt mal Theo Klimowitz, also ich wäre nicht zufrieden. Also, der hat dann Aue mal gespielt, hat gut gespielt, trifft für die zweite Mannschaft am Fließband und kriegt irgendwie null Chancen. Und da fragt man sich auch, warum wird der nicht mal irgendwie wiedergebracht? Oder warum wird gestern halt nicht ein Clement gebracht, obwohl du noch eine Auswechslung hast? Also, das erfüllt uns ja auch so ein bisschen mit Unglaube. Also, warum ist das so? Und es ist auch nicht transparent, dass man irgendwie Erklärungen bekommt, warum das so ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch genug unzufriedene Spieler gibt, die halt aktuell komplett außen vor sind. Vor allem gibt es aktuell genügend unzufriedene Fans, die lautstark fordern, dass man handeln muss seitens der Vereinsführung. Jetzt frage ich dich mal ganz konkret, Sebastian. Wie siehst du es? Würdest du jetzt sagen, wenn Walter das Spiel in Hannover gewinnt, dann machen wir mit ihm weiter? Oder würdest du sagen, nee, Walter ist als Trainer hier beim VfB gescheitert. Man muss sich von ihm trennen. Wenn du der Meinung bist, man muss sich von ihm trennen, gibt es denn einen Trainer, den du dir vorstellen könntest hier in Stuttgart? Der sich besser macht vor allem. Genau, also ich finde, man kann unabhängig vom Ergebnis in Hannover jetzt eigentlich festhalten, ist er gescheitert oder ist er nicht gescheitert. Aber diese Entscheidung kann man natürlich nur treffen, wenn man alle Fakten hat. Und das haben halt Sven Wiesenthal und Thomas Hitzelsberger. Also ich denke, die können jetzt entscheiden, ob Tim Walter in der Rückrunde, in der Rückrunde ist er auf jeden Fall noch Trainer, ob er im nächsten Jahr noch Trainer ist. Und ich denke, diese Entscheidung werden sie auch treffen. Und da darf das Hannover-Spiel jetzt gar nicht mehr so reinspielen. Also vielleicht kommst du in irgendeine Freak-Situation, dass du halt entscheidest, okay, er ist nicht mehr der Richtige, planst vorhin halt nach dem Spiel zu entlassen und dann gewinnt man in Hannover 5 zu 1 oder so. Das ist halt wie beim SSC in der Able in der Champions League. Die gewinnen 4-0 und danach wieder Trainer entlassen. Aber das ist dann irgendwie ein bisschen blöde. Aber ich finde, die Entscheidung kann und sollte jetzt getroffen werden, weil du darfst dann die Winterpause nicht mit einer Trainersuche verplempern oder so oder noch mit Tim Walter ins neue Jahr zu gehen und danach zwei Spieltagen zu sagen, nee, er ist doch nicht der Richtige. Also ich möchte diese Entscheidung nicht treffen und ich kann es auch nicht, weil mir einfach zu wenig Fakten dann vorliegen. Wie du sagst, irgendwie Trainingsleistung, dies, das. Aber ich sehe halt aktuell nicht, warum es besser werden sollte, weil die Entwicklung zeigt für mich eher nach unten als nach oben. Und unter diesen Vorzeichen brauche ich dann auch keine Kontinuität. Also dann, nee, wir brauchen halt eine Entwicklung und die muss nach oben zeigen. Aber Kandidaten ist natürlich schwierig. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Niko Willig hat seinen Vertrag deshalb verlängert, weil ihm Aussicht gestellt wurde, in absehbarer Zeit wieder die Profimannschaft trainieren zu dürfen. Glaube ich nicht, aber ist natürlich auch eventuell ein Faktor. Ja, und ansonsten brauchst du halt, glaube ich, dann schon einen Trainer, der eine gewisse Erfahrung hat, weil er ja mit einem Kader arbeiten müsste, der auch auf seinen Vorgänger zugeschnitten worden ist. Also, und das dürfte dann, glaube ich, nicht Tim Walter 2.0 sein, sondern müsste halt jemand sein, der halt, ja, sich den Umständen gut anpassen kann und das Beste aus dem Kader dann rausholt. Das wäre dann eher so ein Typ, ja, Dieter Hecking, den man sicherlich nicht bekommen wird. Und ich weiß gar nicht, so einen Namen wie Bruno Labbadia oder sonst, das möchte ich eigentlich gar nicht in den Mund nehmen. Aber ich glaube, du bräuchst halt auf jeden Fall einen, der ja schon ein bisschen Erfahrung hat. Also für mich ist das alles Entscheidende, wie sieht es in der Kabine aus? Natürlich, genau. Ja, das ist für mich die entscheidende Frage. Was passiert in der Kabine? Hat Tim Walter die Mehrheit der Kabine hinter sich? Sind das einfach momentan atmosphärische Störungen, die aufgrund schlechter Ergebnisse... Oh, shit. Hörst du mich noch, Sebastian? Ich höre dich wunderbar. Okay, weil die Katze ist gerade vom Schrank direkt hier aufs Laptop gesprungen und hat mir meine Notizen hier gerade gelöscht. Aber ich stelle sie einfach wieder her. Und wir schneiden das nicht, denn Olaf hat damit seinen Auftritt. Genau, das ist ja ein festes Podcast-Mitglied auf jeden Fall. Auf einmal taucht eine Katze vor mir auf. Gut, also wie gesagt, entscheidend ist für mich, wie sieht es in der Kabine aus? Erreicht ja alle Spieler? Hat der Sportdirektor, der Sportvorstand das Gefühl, dass Tim Walter der richtige Trainer ist für die nächsten Monate? Warte, dann bin ich der Meinung, kannst du mit ihm weitermachen. Denn von den Punkten her stehen wir eigentlich ganz gut da. Also sprich, wir sind punktgleich mit dem zweiten, sind nur zwei Punkte hinter dem ersten. Also damit kann ich persönlich ganz gut leben. Auch wenn ich gerne mehr Punkte gehabt hätte zum jetzigen Zeitpunkt. Gar keine Frage. Und es wären auch mehr drin gewesen, muss man ehrlicherweise sagen. Also wir hätten gut sechs Punkte mehr haben können zum jetzigen Zeitpunkt. Und dann wäre eigentlich ja alles okay. Aber ist es halt nicht so. Also Kabine ist für mich entscheidend. Und dann ist für mich halt das Hauptproblem, ich sehe keinen Trainer, der diese Problematik, die wir jetzt einfach haben in der zweiten Liga, viel besser lösen kann. Also du wirst halt einfach immer wieder anrennen müssen mit Spielern, die nicht, kollektiv nicht so gut sind, dass sie halt einfach mal gut sortierte Abwehrreihen ausspielen können. Weil sonst würden sie halt einfach in der zweiten Liga wahrscheinlich nicht unbedingt spielen müssen, sondern könnten in der ersten Liga spielen oder in anderen europäischen Top-Ligen. Das ist halt einfach auch mal so ein Problem. Du hast junge Spieler, die brauchen noch Spielzeit, müssen sich entwickeln. Und auf der anderen Seite hast du Spieler, die entweder über ihrem Zenit sind oder halt einfach nicht besser sind, als sie halt dann letzten Endes jetzt sind beim VfB. Und das muss man halt auch akzeptieren. Denn wenn ich mir den Kader angucke, ist mir auch eins klar. Mit diesem Kader würdest du in der Bundesliga definitiv gegen den Abstieg spielen. Dementsprechend bin ich mit der zweiten Liga, oder ja, ich will nicht sagen gut bedient, aber da gehört der VfB mit diesem Kader aktuell halt einfach auch hin. Auf der anderen Seite ist der Kader auch eine Chance für die Zukunft. Und da bin ich dann wieder bei dem Punkt, dass ich sage, vielleicht ist es gar nicht schlecht, mit dem Trainer weiterzumachen. Vielleicht muss ich was entwickeln. Weil jetzt holst du einen neuen Trainer, ja, egal wer das ist. Der hat dann plötzlich die Idee, ach, wir müssen das alles viel konservativer aufziehen. Ja, ihr spielt jetzt hinten der Stenzel und der Bart, also im Endeffekt so wie es Walter jetzt aktuell auch macht, Bart Stuber und von mir aus bringt er noch in Suha, aber der hält halt nichts davon, dass Silas jetzt mit 19 oder 20 Jahren da seine Einsatzzeiten bekommt. Also sprich, er setzt nicht auf die Jugend, sondern auf erfahrene Spieler. So, dann wirfst du ein komplettes Konzept, das du mit Tim Walder hier nach Stuttgart gebracht hast, über Bord, ja, und fängst mehr oder weniger wieder mal bei Null an. Wieder mal zum 22. Mal in den letzten neun Jahren. Weil ich glaube, das ist der Trainerverschleiß, den wir in den letzten neun Jahren hatten. 22 Trainer. Und ganz ehrlich, es wurde jedes Mal etwas schlechter. So, und das ist für mich das Argument, warum ich am Trainer festhalten würde. Solange ich den Aufstieg nicht gefährdet sehe. Und ich gucke auf die Tabelle und sehe, okay, wir sind punktgleich mit dem Zweiten. Wir können, das muss man sich mal vorstellen, wir können nach dem Spieltag jetzt, nach dem nächsten Spieltag, Tabellenerster sein, theoretisch. Ja, wenn Bielefeld verliert, Hamburg verliert, sind wir Tabellenerster. Wir sind auf zwei Punkte in der Bielefeld oder vier Punkte. Äh, ich glaube vier. Schön, okay. Okay, das nehme ich zurück, aber dann sind wir halt Zweiter. So, und wir haben ja immer gesagt, der zweite Platz reicht. Scheiße. Ja, stimmt, wir hätten gewinnen müssen, damit zwei sind, so was. Ja, aber ist halt egal. Es ging uns ja darum, dass wir Erster oder Zweiter werden. Und das können wir ja immer noch erreichen jetzt in diesem Jahr. Und deswegen sehe ich halt aktuell den Aufstieg nicht gefährdet. Und das einzige Problem sehe ich innerhalb der Mannschaft. Und da muss man halt dann abwägen. Also, ja, welches Standing hat Tim Walter? Und kann er die Mannschaft in den Griff bekommen, wenn es da wirklich Probleme gibt? Oder hat er die komplette Mannschaft mehr oder weniger schon verloren? Genau, das ist ja mein Punkt. Also, der Tabellenplatz ist noch das Beste an der aktuellen Situation. Aber wir erinnern uns an das, ja, immer wieder gerne an das Spiel am ersten Spieltag gegen Hannover. Nicht nur an den Indoor-Wasserfall, sondern auch an Dante Di Davi, der Seitfallzieher, an der Seitenauslinie macht, um Bälle zu retten. Und die Interviews hinterher, wie viel Spaß es macht, um den Walter Fußball zu spielen. Auch von Mario Gomez. Ähnlich mal wieder Ballbesitz, nicht nur hinterherrennen und so weiter. Das war im Mai. Und jetzt heißt es irgendwie, du hast halt irgendwelche Stinkstiefel im Team, die gegen Walter irgendwie sind. Oder jedenfalls nicht mehr für ihn und so weiter. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die stimmt mich sehr bedenklich. Und da sehe ich halt auch nicht, wie das besser werden soll. Und wenn man, also ich bin auch nicht dafür, den Trainer vorschnell auszutauschen. Aber wenn, ich sehe halt aktuell nicht, wie diese Entwicklung wieder nach oben gehen soll. Weil das tut sie derzeit absolut nicht. Ja, aber sie geht ja auch nicht weiter nach unten. Ja, aber. Ja, also ich meine, du siehst halt, du hast die letzten, du hast jetzt das Spiel gegen Darmstadt. Da hast du einen Punkt geholt und du hast zu Hause gegen Nürnberg gewonnen. So, das ist ein Schnitt von zwei Punkten aus den letzten beiden Spielen. Ich weiß, ich weiß, die Auswärtsspiele zuvor haben wir verloren, gar keine Frage. Genau, die Samples heißt es relativ klein, die du da anführst. Ich weiß, mache ich aber ganz bewusst, weil ich damit ausdrücken möchte, dass es ja offensichtlich ja schon noch in der Mannschaft einigermaßen stimmt, wenn du gegen Nürnberg zurückkommen kannst. Ja, die natürlich nicht besonders gut waren. Aber trotzdem, wenn die Mannschaft wirklich so sehr gegen den Trainer wäre, wie wir es vielleicht manchmal jetzt diskutieren, dann wäre das Spiel gegen Nürnberg mit Sicherheit nicht so ausgegangen, wie es am Ende dann ausgegangen ist, nämlich mit 3 zu 1 für uns. So, und du hättest auch wahrscheinlich nicht eine Mannschaft so aufopferungsvoll kämpfen sehen, wie den VfB in der zweiten Halbzeit, weil ich bin der Meinung, die sind da rausgekommen und haben versucht, wirklich eklig aufzutreten, haben nochmal alles reingeworfen und ich habe wirklich bei dieser Mannschaft nie das Gefühl, dass man sich ab einem bestimmten Punkt aufgibt. Hier wird wirklich bis zur 95. Minute versucht, noch den Siegtreffer irgendwie zu erzielen. Und das ist ja auch etwas, das vom Trainer mit in die Mannschaft gebracht wird. Also, mir wird dann auch viel zu viel nur auf das geschaut, was Walter falsch macht. Und er macht Fehler, gar keine Frage. Aber das wird nur irgendwie thematisiert und die Sachen, die gut funktionieren innerhalb der Mannschaft, die sich komplett gewandelt haben im Vergleich zur letzten Saison, die werden halt überhaupt nicht berücksichtigt. Auch, dass der Junge hier, sorry, Walter, mit einem komplett neuen Kader sich erstmal anfreunden muss. Die großteils vielleicht noch nicht mal die Sprache sprechen, weil sie aus einem anderen Land kommt, die zuvor noch nie groß Profifußball gespielt haben, jedenfalls nicht als Stammspieler. Also, das finde ich schon schwierig, dann jetzt nur zu sagen, ja, also, der Walter, der macht alles falsch, der weiß überhaupt gar nicht, wie er die Mannschaft wirklich aufstellen muss und auch seine Spielweise funktioniert nicht mehr richtig. Also, ich sehe hier Tim Walter momentan als Trainer natürlich gefordert und ich finde, er versucht vieles, ja, vergleiche ich das mal mit einem Markus Weinzier zu sein, in Anführungsstrichen negativen Hochzeiten, ja, was er da gemacht hat, nämlich gar nichts. Er hat sich das einfach angeguckt, hat immer dieselben 15 Spieler eingesetzt und hat überhaupt keine Rückschlüsse gezogen aus Niederlagen und aus, ja, einfach einer schlechten Phase, die der VfB damals definitiv hatte. So, und das sehe ich bei Walter komplett anders. Aber, ja, die entscheidende Frage ist, was passiert in der Kabine und, ja, vor allen Dingen, was will Walter? Vielleicht hat er auch keinen Bock mehr auf das ganze Experiment hier in Stuttgart. Kann ja auch sein. Ich meine, sein Interview, war das heute oder gestern, wo er gesagt hat, jetzt am Samstag gegen Hannover, wollen wir nochmal gewinnen. Was danach wird, das muss man sehen, ja, zeugt ja auch jetzt schon so von einem gewissen Fatalismus halt. Aber ich finde halt, dass sich Thomas Hitzesberger und Zbemis sind halt jetzt entscheiden müssen. Also, die müssen sich jetzt entscheiden, gehen sie mit dem Walter ins Jahr 2020 oder nicht, weil so typisch VfB wäre. Er holt jetzt in Hannover einen Punkt oder gewinnt glücklich. Dann sagt man, ja, alles gut. Er macht dann noch Wintertrainingslager, die ganze Vorbereitung aufs neue Jahr. Dann verliert er die ersten zwei Spiele und ist dann raus. Und dann kommt ein Neujahr und hat halt gar keine Zeit. Und das darf halt nicht sein. Also, entweder jetzt oder halt gar nicht. Ich appelliere aber so ein Stück weit auch an alle Fans, es ist nicht alles so schlecht, wie es aktuell gemacht wird. Also, ich sehe da weiterhin eine Mannschaft, die wirklich alle Chancen hat, aufzusteigen. Ich sehe auch Spieler in unserer Mannschaft, die vielversprechend sind, mit denen wir auch in der Bundesliga bestehen könnten. Natürlich nicht mit allen, aber ich finde den Vergleich auch immer ein bisschen schwierig. Du musst nicht jetzt mit der Mannschaft in der Bundesliga bestehen können, sondern entscheidend ist, was passiert, wenn du aufsteigst. Da werden ja auch nochmal Spieler abgegeben bzw. neue dazugeholt. Spieler entwickeln sich. Wie gesagt, rein punktetechnisch könnten es ein paar mehr sein, aber der Abstand zu Platz zwei, sprich eigentlich nur das schlechtere Torverhältnis, das stimmt mich weiterhin optimistisch, dass der VfB auch in der Rückrunde definitiv wörtlich mitsprechen wird, wenn es darum geht, aufzusteigen. Und wie gesagt, wenn es in der Kabine stimmt, muss es mit weiter, weiter gehen. Aber was du schon gesagt hast, das möchte ich ganz kurz aufgreifen, das sind die Aussagen, die es zuletzt gab. Ich lege mal los mit Sven Mislintat, der gesagt hat, grundsätzlich sind Auswärtspunkte schon etwas wert. Aber wir hätten heute eine gute Chance gehabt, am HSV vorbeizuziehen. Insofern haben wir unser Tagesziel nicht erreicht. Platz drei ist nicht der Platz, mit dem wir uns zufrieden geben wollen. Wir haben viele Hausaufgaben für die Rückrunde, um unseren angepeilten Schnitt von zwei Punkten pro Spiel zu erreichen. Tim Walter spürt unsere absolute Rückendeckung. Das ist schon eine... Das klingt so ein bisschen hinterhergeschoben. Dann haben wir wahrscheinlich gemerkt, wie... Uh, das klingt aber so, als ob wir einen Träger rausschmeißen. Komm, sage ich noch schnell was, ja. Da wollte ich noch dazu sagen, ich müsste natürlich auch hier wissen, ich habe jetzt nur das Zitat lesen können, wie genau hat Sven Mislintat sich hier ausgedrückt. Also es könnte ja auch sein, dass dieser Satz, Tim Walter spürt unsere absolute Rückendeckung, eine Antwort auf eine Nachfrage war. Und das wurde halt einfach so abgedruckt, als wäre das ein komplettes Zitat gewesen. Also wenn ich es jetzt so vorlese oder wenn ich es lese, dann klingt es auf jeden Fall erstmal etwas merkwürdig, wenn Sven Mislintat sagt, also die Hausaufgaben, die sieht er schon und wir brauchen einen Schlitt von zwei Punkten. Und Tim Walter spürt übrigens noch unsere absolute Rückendeckung. Also das klingt halt wirklich so wie, das Ding ist eigentlich durch. Wir müssen uns da neu orientieren. Tim Walter selber sagt dazu, wir sind nicht zufrieden mit der Punktausbeute. Wir hätten uns ein paar mehr Punkte vorgestellt. Trotzdem sind wir punktgleich mit dem zweiten. Hätten wir die anderen Spiele auch so gestaltet, wie in Darmstadt, wären wir da, wo wir eigentlich hinwollten. Das haben wir nicht geschafft, aber es ist zumindest positiv, dass wir wie zuletzt gegen Nürnberg das Spiel gedreht haben. Wir haben gezeigt, dass wir Rückstände egalisieren können. Wir wollen am Samstag das Spiel in Hannover gewinnen. Was dann kommt, das ist jetzt der interessante Satz, was dann kommt, werden wir sehen. Also auch hier könnte man jetzt wieder was reininterpretieren, sprich, dass Tim Walter vielleicht auch nicht mehr so ganz daran glaubt, dass er 2020 noch VfB-Trainer ist, weil es ist so eine Aussage wie, was dann kommt, werden wir sehen. Das ist ja schon... Ja, vielleicht bezog sich das auch ein bisschen. Hast du das Zitat von Thomas Hitzelsberger auch noch gerade aufgeriffst? Auch das habe ich hier. Und zwar sagte Thomas Hitzelsberger in einem Interview. Wir müssen akzeptieren, dass es auf dem Trainerposten, genau wie bei den Spielern, in den seltensten Fällen Kontinuität gibt. Hitzelsberger wünscht sich zwar Kontinuität, aber die Realität, sagt Hitzelsberger, im gesamten Profifußball sieht oft anders aus. Die durchschnittliche Verweildauer beträgt 12 bis 14 Monate. Es mag Ausnahmen wie den SC Freiburg geben, aber die meisten Klubs agieren anders. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, den du wahrscheinlich gemeint hast. Auch ich habe zu Beginn geglaubt, dass es uns leichter fällt, dominant und effizient zu sein. Das fängt man jetzt schwer wieder ein. Der Ton ist gesetzt. Meintest du das Zitat oder meintest du ein anderes? Nein, das sagt er halt. Also Kontinuität ist zwar wünschenswert, aber auch irgendwie in gewisser Weise Wunschdenken, weil in der Realität ist es halt nicht so. Und das klingt ja auch nicht so, wir gehen mit Tim Walter jetzt die nächsten fünf Jahre, egal was passiert. Also sowohl Misslingheit als auch Hitzelsberger, sagen ja schon, hey, wir brauchen auch den nötigen Erfolg und wenn der nicht eintritt, dann reden wir über den Trainer. Ja, also das ist insoweit erstaunlich, als dass Tim Walter ja ihr Kandidat ist, oder zumindest der von Thomas Hitzelsberger, und sie sich für dieses dann doch relativ ambitionierte Projekt entschieden haben und jetzt so ein Stück weit davon abrücken und sich der Realismus breitmacht. Also ja, ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Und wie gesagt, ich hoffe, dass sie nicht ihre Entscheidung von einem Resultat in Hannover abhängig machen, sondern sich jetzt echt diese Woche entscheiden wie es weitergeht. Und man kann da für einen Trainerwechsel sein, man kann gegen einen Trainerwechsel sein, aber ich finde wichtig ist, dass jetzt entschieden wird und dass man dann sich in der Winterpause auf die letzten 16 Spieltage dann vernünftig vorbereiten kann. Also mein Abschlussstatement, weiter so. Weiter so. So ganz kurz möchte ich aber auch noch Darmstadt erwähnen, denn bei der großen Kritik, die man überall lesen konnte, über den VfB, über das Spiel, über Tim Walter, über einzelne Spieler, muss ich wirklich sagen, haben die Darmstädter halt einfach hier auch ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert. Das kommt mir ein bisschen zu kurz, kommt mir auch übrigens, oder kam mir auch schon bei dem Sieg Sandhausens zu kurz. Auch Kiel wurde das so ein bisschen als Glückssieg zugeschoben, aber auch die haben gut gearbeitet, aber lass uns bei Darmstadt bleiben. Die haben das sehr gut gemacht, die haben ihre Stärken ausgespielt und erinnere dich, letzte Woche habe ich es gesagt, Darmstadt kann die Räume hinter der Abwehr gut bespielen. Genau das macht Mehlem in seinem wahrscheinlich besten Spiel in der Saison, zeigt er genau das, was ihn ausgezeichnet hat in der letzten Saison und was man sich, glaube ich, auch in Darmstadt von ihm häufiger wünschen würde. Also einfach solche Pässe wie vor dem 1 zu 0. Das ist halt einfach großartig und nicht nur da hat er sein Können unter Beweis gestellt. Er hat häufig gute Bälle gespielt, hat echt, wirklich, was ich bei ihm gut finde, er hat echt ein gutes Gefühl für den zweiten Ball. Also er steht ganz oft da, wo dann ein Abpraller landet und kann dann eben nochmal einen Pass spielen oder zum Torabschluss kommen. Also das hat mir richtig gut gefallen, was Mehlem da in diesem Spiel für die Darmstädter so reingeworfen hat. Und ja, sie haben halt leidenschaftlich verteidigt. Das ist auch keine neue Erkenntnis, weil das konnten sie eigentlich in der kompletten Hinserie bis jetzt unter Beweis stellen, dass du gegen Darmstadt nicht einfach mal so eine Kiste machst. Das war eine extreme Steigerung aus meiner Sicht im Vergleich zum letzten Spiel gegen Wien Wiesbaden. Da würde ich auch mal sagen, also wenn sie so aufgetreten wären, hätte der VfB gestern 3-4-0 gewonnen. Sorry, also bei allem Respekt, aber das war halt... Aber auch das ist doch immer was, egal ob jetzt Osnabrück oder Sandhausen oder Kiel oder Darmstadt, irgendwie jedes Team macht halt das beste Spiel der Saison gegen den VfB. Der Torwart wächst immer über sich hinaus, macht sein beste Saisonspiel, alle anderen auch, aber das ist ja ein Muster und da musst du doch einfach dich drauf einstellen. Ja, machst du doch, indem du... Ja, weiß ich nicht. Nee, du fährst halt hin jedes Mal und du hast das Gefühl, die Mannschaft denkt, hey, wenn wir 80% Ballbesitz haben und 600 Pässe spielen, dann fällt der Ball irgendwann rein. Aber das ist halt nicht so und ich finde, ich sehe da keine Lernkurve. Du fährst nach Gladbach und es sieht genauso aus wie gegen Osnabrück. Es sieht genauso aus wie gegen Sandhausen. Es ist immer das Gleiche. Da gebe ich dir sogar recht und dieses, wir tragen den Ball ins Tor, das fällt mir vor allem in den ersten Minuten der ersten Halbzeit immer wieder auf und ich glaube, das kommt vielleicht auch ein Stück weit durch Tim weiter zustande, der der Mannschaft, das vermute ich jetzt einfach mal sagt, wir gehen raus, spielen unser Spiel, wir sind mehr oder weniger die bessere Mannschaft und treten hier dominant auf, lassen uns nicht locken, lassen uns nicht aus der Ruhe bringen, denkt immer dran, geduldig spielen. So wirkt das auch nicht und so gehen die dann raus auf den Platz und ja, entwickeln gar nicht diese vehementen, vehementen Tor erzielen zu wollen, wie zum Beispiel dann halt in der zweiten Halbzeit, wenn sie mehr oder weniger, mehr oder weniger, sag ich nochmal, mit dem Rücken zur Wand stehen, dann merkst du auf einmal kommt ein Drive rein und die Mannschaft beginnt vertikaler zu spielen, bewegt sich besser, Spieler gehen den Extra-Weg, Spieler nehmen Tacklings ganz anders an. Auch hier, ich habe jetzt überhaupt nicht auf die Statistiken großartig geachtet in der Vorbereitung auf die Sendung, weil es mir ehrlich gesagt scheißegal war, weil wir haben diese Spiele jetzt oft genug gesehen in der Hinrunde und man braucht sie nicht jedes Mal tot analysieren, aber nur nochmal hier kurz das Thema Tacklings. Der VfB hat in diesem Spiel elf Tacklings angenommen oder versucht, so muss man es sagen, acht davon erfolgreich. Auf der anderen Seite siehst du halt Darmstadt, die 16 Tacklings angesetzt haben und 13 davon gewonnen haben. 17 klärende Aktionen für Darmstadt. Also in den entscheidenden Situationen ist Darmstadt halt einfach dann robuster aufgetreten und hat unserer Mannschaft den Schneid abgekauft. Und das zieht sich fast durch alle Auswärtsniederlagen beziehungsweise durch diese Schwächeperioden, die der VfB immer mal wieder hat, dass man in den entscheidenden Momenten nicht körperlich genug auftritt und sich dann zu leicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Das ist halt einfach so. Das fällt einem immer wieder auf und der VfB muss mit dem Rücken zur Wand stehen, um dann dieses Pomadige und auch ein Stück weit Arrogante abzulegen. So, und hier kann man natürlich auch wieder sagen, da muss der Trainer drauf reagieren. Ja, es mag ja sein, dass wir uns jetzt hier vom Gegner nicht irgendwie das Spiel aufdiktieren lassen und wir geduldig sein müssen. Das stimmt alles. Aber gleichzeitig muss man halt ab der ersten Minute zielstrebig nach vorne spielen und versuchen, möglichst schnell ein Tor zu erzielen. Ja, weil ich bin mir halt sicher, wenn du so ein Spiel wie gegen Darmstadt, ja, mit einem frühen eigenen Tor beginnst, ja, ähnlich wie zum Beispiel Leipzig gegen Düsseldorf. Ja, die kommen da hin, bomben das Ding rein, der Drops ist eigentlich gelutscht. Und genau das muss der VfB auch schaffen. Ab der ersten oder ab den ersten Minuten so konsequent nach vorne spielen, wie sie das eben in der zweiten Halbzeit dann getan haben. So, und wenn dann der Ball nicht reinfällt, ja, weil, weiß ich nicht, Gommes zweieinhalb Zentimeter im Abseits steht oder so, okay, dann lasse ich mir das noch gefallen, dass wir Pech gehabt haben. Aber solange ich halt von Anfang an irgendwie die Ernsthaftigkeit vermissen lasse und da wirklich, und da gebe ich dir absolut recht, so auftrete, wie man eigentlich auftritt, wenn man sich, weiß nicht, wenn man Barcelona ist, ja, wenn du halt einfach weißt, okay, wir müssen hier nur geduldig sein und irgendwann gelingt hier was oder der Messi packt seinen Geniestreich aus, aber wir haben ja solche Spieler nicht, ja, also, ich weiß gar nicht mehr, auf was jetzt hinausfällt. Aber das ist mein Problem, das habe ich auch gegen Nürnberg gedacht, da hat der VfB nach 70 Minuten beim Stand von 3 zu 1 eigentlich perfekt gespielt, ne, viel Ballkontrolle, viel Ballbesitz, den Gegnern die gar nicht mehr in Angriff kommen lassen, das Problem ist, genauso hat man perfekt gespielt, also der VfB kennt eigentlich nur einen Modus, ne, und egal, ob es 0-0 steht, 0-1 oder 3-0, du spielst immer gleich und dieses Ball, Kontrolle, 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 bloß nicht den Ballfall, und das nervt mich so, weil du spielst auswärts immer gleich und da sehe ich halt, du weißt genau, was ich in Darmstadt erwarte und du weißt genau, wir müssen eigentlich ein Tor erzielen, weil wir sind hinten nicht stabil genug, dass wir davon ausgehen können, keins zu kassieren und dann passiert es dann trotzdem wieder, ne, und ich würde mir einfach wünschen, dass man von Anfang an einfach mal ein bisschen mehr Druck macht, ein bisschen zielstrebiger ist, aber es ist immer wieder das Gleiche, egal wie der Gegner heißt, ne, er ist meistens halt, ja, von der Qualität her deutlich unterlegen, ist aber deutlich motivierter und du versuchst halt irgendwie über Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle zu lösen, spielst dabei aber kaum Torchancen raus, weil ich glaube jetzt, der Schutz von Soße in der ersten Halbzeit war, glaube ich, mit unsere einzige Chance eigentlich, ne, und das finde ich dann einfach deutlich zu wenig. Absolut. Und dass sie es können, ja, das zeigen sie ja immer mal wieder und für mich war da sinnbildlich das Abseits-Tor von Gommes, das war ja ein großartiger Angriff. Stenzel, der wirklich einen tollen langen Ball auf dem linken Flügel spielt und Soße nimmt den Ball direkt, das ist ja wirklich, also grandios gewesen, muss ich wirklich so sagen und passt den in den Darmstädter Strafraum und da war es ja dann eben so, dass sich Gommes etwas zu früh gelöst hat und man muss auch wirklich da wieder Dumic und Höhen loben, die das fast perfekt verteidigen. Es ist natürlich echt ein Ritt auf der Rasierklinge, weil wir haben es dann gesehen, es war extrem knapp und jetzt kann man sich gerne darüber streiten, wie genau sind jetzt die Linien und haben sie den richtigen Zeitpunkt abgepasst, wenn sie das Bild stoppen müssen, sprich Impuls der Ballabgabe und so weiter und so fort. Darüber können wir uns lange streiten, aber was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass der Angriff grandios war vom VfB und dass sie die Möglichkeiten haben, einfach auch wirklich sich spielerisch aus so einer Umklammerung zu befreien und das stimmt mich dann natürlich auch ein Stück weit optimistisch, was die Rückrunde angeht. Vielleicht noch ganz kurz ein Satz zu Gommes und seinen Äußerungen, die er nach dem Spiel gegen Darmstadt ins Sky-Mikrofon hinaus posaunt hat. Da sind mir zwei Sätze im Gedächtnis geblieben. Zum einen der Satz, vielleicht ist das die Quittung der Schiedsrichter, die in den Kellern sitzen dafür, dass ich ihnen 20 Jahre lang auf die Eier gegangen bin. So, da dachte ich mir auch so, Mensch Mario, glaubst du wirklich, also glaubst du jetzt wirklich an die Verschwörungstheorie, dass da die Schiedsrichter sitzen und sich denken, den Gommes, den wirken wir jetzt mal richtig einen rein. Es ist halt einfach so, dass wir mit der Technik jetzt aktuell leben müssen, so sehe ich es jetzt halt. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass, wenn es auf der anderen Seite passiert wäre, es genauso ein knappes Abseits gegeben hätte, wie jetzt hier beim VfB. Also, ich verstehe jetzt nicht ganz, warum Mario Gomez das so persönlich nimmt alles, weil es ist ja letzten Endes einfach die Technik, für die wir uns jetzt erst mal entschieden haben, mit der wir leben müssen, und die gilt ja für alle Stürmer, beziehungsweise für alle Mannschaften. Und wir alle finden es scheiße, aber deswegen können wir uns da jetzt nicht daran aufhalten, dass jetzt mehr oder weniger der VAR daran schuld ist, dass der VfB in den letzten, wie viel waren es, fünf Auswärtsspielen nur einen Punkt geholt hat oder vier Auswärtsspielen nur einen Punkt, sei es drum. Also, findest du es nicht ein bisschen zu einfach von Gomez, dass er sagt, ja gut, das geht gar nicht mehr so, dass der Schiedsrichter hier immer eingreift und so macht das alles keinen Sinn und akzeptiert die Entscheidung nicht? Ja, also ein Stück weit kann ich ihn schon verstehen. Also, wenn du halt jetzt sowieso erst zwei Saisontore hast und in den letzten drei Spielen dann eigentlich eventuell sechs geschossen hast, von denen fünf nicht gezählt haben oder so, kann ich den Frust dann schon nachvollziehen. Andererseits kann man auch sagen, naja, in der zweiten Halbzeit hast du auch eine relativ gute Chance gehabt, die du halt irgendwie jenseits weit übers Tor jagst. Also, auch da kann man dann drüber sprechen. Aber grundsätzlich habe ich mir auch überlegt, also Gomez ist ja echt schon eine ganze Weile dabei und ist halt auch ein Spieler, ich glaube, je älter er geworden ist, desto mehr hat er das perfektioniert, der immer so an der Abseitslinie herumlungert und so häufig seine Tore erzielt hat. Und ich glaube, durch den Videobeweis ist das halt einfach gar nicht mehr so einfach, beziehungsweise viele von diesen knappen Abseitsentscheidungen werden jetzt halt zu seinen Ungunsten gepfiffen und das ist natürlich total nervig. Na, eigentlich wären sie fair gepfiffen. Kann ich ihn schon verstehen. Also, sie wären ja nicht, zu Ungunsten klingt ja auch ein Stück weit so. Zu seinen Ungunsten. Ja, aber es ist ja letzten Endes halt einfach, sagen wir mal, deswegen fair, weil es auf der anderen Seite ja genauso aussehen würde. Wenn jetzt Dursohn zum Beispiel da gestanden wäre und ein Tor erzielt hätte, dann hätte es ja genauso nicht gegolten. Natürlich, aber ich glaube, Mario Gomez ist relativ egal, ob jetzt der Dursohn ein Tor schießt oder nicht. Aber ich finde es wichtig für die Diskussion. Ich finde es halt wichtig, wenn du jetzt darüber diskutierst, dass die Technik scheiße ist, bin ich ja bei dir, Mario Gomez. Aber wenn ich darüber diskutiere, dass der VfB in Darmstadt nicht gewinnt, ist für mich halt die Erklärung, der VAR pfeift ständig meine Abseits-Tore ab. Das reicht mir halt nicht. Nö, der VfB gewinnt in Darmstadt nicht, weil Philipp Förster nur den Pfosten trifft und weil Santi den Ball, den Nachschuss nicht reinbekommt und weil Mario Gomez himself halt irgendwie die gute Chance in der zweiten Halbzeit übers Tor jagt. Also deswegen. Und weil Abwehrspieler dilettante spielen. Auch das macht uns wahnsinnig. Wenn ich dann Philipps hinten drin sehe, der, es ist mir auch egal, ob der bei der zweiten Mannschaft von Liverpool gespielt hat, von mir aus kann er bei der zweiten Mannschaft, keine Ahnung, von, ist mir scheißegal, von irgendeiner Rumpeltruppe gespielt haben. Du musst doch wissen, wie du in solchen Situationen deinen Gegenspieler deckst. Das kann doch nicht sein, dass er im Umschalten-Moment wirklich erstmal noch so eine Gedächtnissekunde braucht, bis er merkt, dass sich Kempe jetzt gerade von ihm löst. Denn das sind so Kleinigkeiten, die machen mich einfach wilde. Und das hat nichts mit dem Trainer zu tun. Das ist halt einfach, das ist einfach scheiße vom Abwehrspieler. Und dann, das muss auch ein Spieler wissen, der letztes Jahr nur in der zweiten Mannschaft von Liverpool oder irgendwo ausgeliehen war, was weiß ich, das interessiert mich alles nicht. Wenn du in der zweiten Bundesliga spielst, erwarte ich, also solche Sachen erwarte ich einfach, dass die funktionieren von einem Abwehrspieler. Und auch von Holger Bartschuber erwarte ich, dass er mehr als, ja, oder wenn er, anders, wenn er so einen Fehlpass spielt, wie vor dem Einwurf, dann erwarte ich halt von Holger Bartschuber in dem Moment, dass er sofort wieder sich aufs Spiel konzentriert und versucht, schnellstmöglich wieder in Ballbesitz zu kommen, also dazu beizutragen, dass der VfB wieder den Ball hat. Und das war halt eben nicht gegeben, weil er, wie gesagt, mit sich selber unzufrieden war oder mit Castro oder mit der ganzen Situation oder was auch immer. Und diese Professionalität, die lassen manche Spieler aktuell vermissen. Und das kotzt mich an. Das kotzt mich einfach wahnsinnig an. Und das wird auch wiederkommen mit dem nächsten Trainer und auch mit dem übernächsten Trainer. Das ist eine Einstellungssache, die, ja, nicht nur beim VfB übrigens zu beobachten ist, sondern bei vielen, vielen, vielen Profis, die einfach nicht mehr bereit sind, dann, ja, sich zu leicht machen. wie gesagt, vielleicht darauf spekulieren, dass der Trainer dann irgendwann entlassen wird oder so. Das fällt einem ja immer häufiger auf, dass Spieler vielleicht nicht bewusst gegen den Trainer spielen, aber auch nicht mehr alles dafür tun, dass der Trainer dann im Amt bleibt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber auch da, ne, dann denke ich, da hast du einen erfahrenen Spieler wie Barth Stuber, der da halt irgendwie nicht gut aussieht. Dann hast du einen Philips, der ja körperlich und gedanklich viel zu langsam ist. Dann hast du aber auch einen Marc-Oliver Kempf, der Kapitän ist und dann meint gegen Karlsruhe in der, in der 85. Minute beim Stand von 3 zu 0 seinen Gegenspieler so dämlich, wie es nur geht, umzutreten, dass er halt irgendwie lange gesperrt wird. Dann hast du einen Awuja, der teilweise Vogelwild spielt und dann hast du deine ganze Innenverteidigung aufgezählt. Und liegt das dann wirklich an den Spielern oder ist das halt irgendwie dann noch eine Ebene drüber? Also warum ist das so? Also es kam... Dann hast du noch einen Karasor, der auch irgendwie eventuell Innenverteidigung spielen könnte, aber auch gar keine Rolle mehr spielt und du kannst dir jeden Spieler durchgehen. Und liegt das dann wirklich an allen Spielern? Mit Sicherheit liegt es nicht an allen Spielern, aber ich kann mir halt vorstellen, dass zum Beispiel bei Awuja, nehmen wir den mal raus, dass man da echt vielleicht ein bisschen zu viel von dem Jungen erwartet hat. Also es war halt wirklich so, dass ganz viele Leute, die Awuja bei den Bayern gesehen haben, sich sicher waren, der Junge schafft diesen Schritt in der 2. Liga. Das ist jemand, der genau jetzt zu diesem Zeitpunkt diesen Schritt gehen kann. Jetzt sehen wir halt, nee, es reicht halt nicht. Es reicht halt definitiv noch nicht für die 2. Liga. Regionalliga war wahrscheinlich genau richtig für ihn und vielleicht hätte er da nochmal ein Jahr spielen müssen. Jetzt spielt er halt in der Oberliga. So, und dann wusstest du ja schon immer, dass Badstuber dieses Tempodefizit hat. Wir wussten auch, dass Kempf zwar ein guter Innenverteidiger ist, aber auch hier und da mal so seine Schwächen drin hat. Keine großen, aber das war uns klar, dass da mal was passieren kann. Dann verletzt sich Kaminski, darf man auch nicht vergessen. Und dann wird es halt einfach schon eng, weil Phillips, muss man ja sagen, ist ja mehr oder weniger ein Notkauf gewesen. Genau. War ja eine Reaktion auf die Kaminski-Verletzung. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass Badstuber als der Anker eingeplant war, der jetzt zu sein scheint. Also er hat ja gute Spiele gemacht. Ich will ja jetzt nicht nur sagen, dass Badstuber wahnsinnig schlecht gespielt hat. Er ist gegen Darmstadt nicht gut gespielt, aber vorher war er ja noch wirklich eigentlich der Fixpunkt der Innenverteidigung. Ich gebe dir recht, aber auch da kann man natürlich sagen, merkst du halt bei Holger Badstuber nicht unbedingt eine Bereitschaft zu einer großen Weiterentwicklung. Also er zieht ja trotzdem sein Ding einfach so durch. Also er schlägt die langen Bälle, kann auch sein, dass das Vorgabe des Trainers war und er verhält sich auch manchmal, sag ich mal, ich glaube für so Mannschaftsgefüge schwierig, um es mal so auszudrücken. Also gerade wenn es nicht läuft, ist glaube ich so ein Badstuber schon jemand, der dich richtig runterziehen kann mit seiner ganzen Art. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber ich meine, das war schon immer so, das wird sich auch nicht mehr ändern, also möchte ich es jetzt gar nicht groß kritisieren. Eins noch zu Mario Gommes, er hat nämlich noch gesagt, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich nicht noch fünf Jahre spielen muss und lieber Mario, mir geht es genauso. Also ich habe auch das Gefühl, nach dem Jahr ist dann auch endgültig Schluss und ich bin ihm schon dankbar für die Zeit hier beim VfB und auch für die tolle Rückrunde, die er da, 2017 war es glaube ich, 2018, 2017, Korkuts Rückrunde, ja, die er da gespielt hat, super und auch für die tolle Meistersaison und die Ablösesumme und was weiß ich, alles super, aber ich glaube, die Zeit mit Mario Gommes, ja, ist glaube ich abgelaufen. Ja, aber mir geht es aktuell so wie ihm, also so macht das gerade keinen Spaß mehr, also bezogen auf den VfB und auch auf den, ja, Videoschiedsrichter, also nach dem Stadion, Erlebnis, also Erlebnis in Anführungsstrichen gegen Nürnberg, da gebe ich ihm auch recht, also hatten wir ja schon thematisiert, dreimal richtig entschieden, aber der Abend war eine Vollkatastrophe von der Stimmung her und insofern, ja, ich kann seinen Frust da doch ein Stück weit nachvollziehen und wenn halt ein Fußballprofi sagt, ich bin froh, dass ich nicht mehr so lange spiele, weil so macht es keinen Spaß mehr, das sollte einem dann schon zu denken geben, ob der VAR in seiner jetzigen Form wirklich gut ist. Also ein sehr erfolgreicher Kampfsportler hat mal zu mir gesagt, in dem Moment, wo du darüber nachdenkst, dass deine Karriere jetzt so langsam, aber sicher zum Ende kommen sollte, solltest du sie sofort beenden. Also vielleicht, wenn Gommes der Meinung ist, jetzt schon abschließen zu müssen und es hört sich ja schon eindeutig danach an, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird und dann nach der Saison halt einfach aufhören wird. Ja, vielleicht muss man sich da auch überlegen, ob man da nochmal im Sturm irgendwas macht. Keine Ahnung, ob es da Möglichkeiten gibt und Gommes dann schon langsam, aber sicher, ja, Richtung Rente ziehen lässt oder so. Also ich tue mich damit ein bisschen schwer, weil da gibt es auch widersprüchliche Meldungen, die man so hört. Zum einen habe ich mal gehört, dass Mario Gommes eigentlich gar nicht mehr so eingeplant war für diese Zweitliga-Saison. Also er sollte mehr oder weniger so der Pizarro werden des VfB Stuttgart, der im Falle, ja, gewisser Spielerknappheit nochmal aushilft. Aber im Großen und Ganzen wollte er das Jahr jetzt mehr oder weniger austrudeln lassen. Jetzt sieht es aber so aus, dass auf Mario Gommes schon gesetzt wurde und immer noch gesetzt wird. Sonst würde er nicht regelmäßig von Beginn an spielen. Also, ja, deswegen weiß ich nicht so ganz genau, was ich von der einen Aussage halten soll. Aber ich finde es ganz lustig, dass Mario Gommes jetzt von Jochen Drees, dem Projektleiter Videobeweis beim DFB, eingeladen wurde, nach Köln zu kommen. Also, Herr Drees meinte, wir haben bei uns heute Morgen spontan gesagt, wir laden Mario Gommes gerne ein, wenn er Interesse hat. Er kann gerne mal zu uns ins Video Assist Center kommen und sich das Ganze mal anschauen. Wir können ihm gerne erklären, wie der Video Assistant und die kalibrierten Linien funktionieren. Er könnte sich auch selbst mal eine Absatzsituation anschauen und bewerten. Er ist herzlich willkommen. Da dachte ich mir so, Mensch, Herr Drees, wäre das nicht eine coole Idee, wenn es da mal irgendwie ein Video auf YouTube gäbe, wo man genau so eine Situation uns zeigt. Also, wie entscheiden die Schießrichter in diesem Moment, auch in Kürze der Zeit, also, wie das technisch funktioniert, hat man ja schon gesehen. Also, ich habe es jetzt bei der BBC irgendwie mal gesehen, aber, wie das funktioniert, ist mir schon klar. Aber, es kommt ja noch eine wichtige Komponente mit dazu, nämlich, wie ist das im reellen Spiel geschehen. Also, da hast du ja nicht so viel Zeit nachzudenken, rumzuschieben und was weiß ich und kannst das schön erklären, sondern da musst du ja relativ schnell zu einer Entscheidung kommen und musst dich auch relativ schnell festlegen, welchen Frame du jetzt nimmst für den Impuls der Ballabgabe und so weiter und so fort. Und genau das, das würde ich mal gerne sehen. In Realgeschwindigkeit, mit Ton, also, sprich, mit Kommunikation zwischen Schiedsrichter auf dem Platz und eben Videokeller. Das fehlt mir so ein Stück weit. Also, da muss der DFB transparenter werden und dann kann es sein, ja, unter Umständen, dass ich mehr Verständnis für die ein oder andere Situation habe. Ja, aber das Video gibt es also zum Teil. Ich habe es heute in die Kommentare reingespült bekommen. Da ging es um diese DFB-Doku und da wird so eine Abseitssituation von Wolfsburg, glaube ich, analysiert, die im laufenden Spiel keine Sau gesehen hat. Na, ist so, Moment, wir gucken uns das mal an und dann wird das kurz gezeigt, was da aber auch nicht so ganz aufgedröselt wird. ist tatsächlich der Faktor Zeit, also bei welchem Frame wird dann die Linie angelegt. Aber ich suche das mal raus, ob ich es finde, weil das ist relativ interessant, aber da sieht man auch, wie schnell die entscheiden müssen und ich dachte nur auch, ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, aber ob das jetzt dann wirklich auf zwei oder drei Zentimeter genau ist, hielt ich den auch für zweifelhaft. Die Dokumentation habe ich übrigens schon gesehen und ich fand das auch interessant, das mal zu sehen, wie das so läuft, aber genau was du sagst, ist mir halt damals auch aufgefallen. Du kriegst es halt nicht so richtig mit, wie sie das zeitlich oder wie das in Realgeschwindigkeit aussieht und wie sie dann entscheiden, sondern es wird halt geschnitten und gleichzeitig wusste natürlich auch jeder, hier ist jetzt ein Kamerateam und produziert eine Dokumentation. Ja, ich weiß nicht, also so wirklich Vertrauen konnte die bei mir nicht bilden. Das stimmt allerdings. Es ist halt einfach schwierig, das einfach so zu akzeptieren, weil es halt einfach wirklich viele, viele Fragezeichen gibt und ja, brauchen wir nicht nochmal alles aufdröseln, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen und uns aufgeregt und wir haben auch jetzt schon viel zu lange über Darmstadt und über Tim Walter und die Mannschaft gesprochen, meine Meinung nach. Meine Meinung, ja, ja, viel zu viel. Eigentlich wollte ich jetzt noch auf die Tore eingehen und so, aber wahrscheinlich... Wir müssen jetzt mal nach vorne blicken. Ja, Hannover, genau, blicken wir nach vorne. Jetzt kommt eine Mannschaft, die müsste uns eigentlich liegen, denn, du wirst es nicht glauben, lieber Sebastian, Hannover ist eine Ballbesitzfußballmannschaft. Nein! Ja, und sie spielen gerne Kurzpassspiel. Klappt halt nicht so oft, muss man nirrlicherweise dazu sagen. Spielt ihr jetzt erst unter dem neuen Trainer Ballbesitzfußball oder vorher auch schon? Ich glaube, dass, ach, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Kocan. Ja, dass er ein bisschen sich da mehr dem Gegner anpasst, also unter Slomka war das deutlicher zu sehen, dass man versucht, Ballbesitz zu spielen und auch Kurzpassspiel gerne bevorzugt, aber ich glaube, Kenan Kocak versucht da einfach, sich etwas mehr auf den Gegner einzustellen, deswegen gehe ich nicht unbedingt davon aus, dass Hannover versucht, gegen den VfB Stuttgart jetzt mehr Ballbesitz zu haben oder so. Also ich rechne auch hier wieder mit einem tiefstehenden Gegner, der versucht, mit Nadelstichen dem VfB das Leben schwer zu machen. Und wir müssen aufpassen. Ah, das liegt uns ja total, super, freue mich jetzt schon drauf. Die Euphorie. Ja, total. Ich habe echt eigentlich nur noch Lust auf Winterpause, weil das wird in Hannover wieder genauso aussehen wie gegen Darmstadt. Ja, gut. Ich habe kein Gegenargument. Wahrscheinlich hast du recht. Aber ich könnte sagen, auf was wir noch aufpassen müssen. Hannover war in den letzten 17 Spielen, wenn sie gefährlich wurden, häufig über ihre linke Seite gefährlich, sprich über unsere rechte Seite. Also auch hier wird es wieder so sein, der Stenzel dann weniger ins Zentrum zieht, und mehr damit zu tun haben wird, eben seine Seite dicht zu halten. Gerade sollte, wenn er ein Zielhals wieder spielen würde von Beginn an, dann ist es noch wichtiger, dass Kobel, Kobel sag ich schon, Stenzel hinter ihm absichert. Also da sollte man ein Auge drauf haben. Hannover ist übrigens auch gut, was das Konterspiel angeht. Also das ist eine der wenigen Stärken, die diese Mannschaft hat. Also da muss man aufpassen, sie haben schnelle Spieler und können das dann auch ganz gut ausspielen. Auch wenn diese Spieler, die eben eine Geschwindigkeit mit ins Spiel bringen, zuletzt auch so ihre Probleme hatten. Also ja, da müssen wir mal drauf hoffen, dass die sich noch nicht so richtig wieder gefangen haben. Denn ich weiß nicht, ob du dir das Spiel angeguckt hast jetzt gegen Bochum. Die erste Halbzeit war grauenhaft von Hannover. Also das war, es sind ja immer wieder neue Superlativen bei Hannover, aber es war mit das Schlechteste, was ich seit doll gesehen habe. So will ich sagen. Um Gottes willen. Okay. Der Will war schon ein absoluter Tiefpunkt. Also die erste Halbzeit gegen Bochum war richtig schlecht. Die zweite Halbzeit war dann deutlich besser. Und wenn sie so auftreten gegen uns, wie sie gegen Bochum in der zweiten Halbzeit gespielt haben, dann wird das auf jeden Fall eine harte Nuss. Da bin ich mir sicher. Sie haben gute Balleroberungen, haben eine robuste Spielweise. Das sind alles so Dinge, die uns das Leben schwer machen. Und dann müssen wir halt einfach auf die Schwächen von Hannover hoffen. Das ist die schlechte Chancenverwertung und dass sie anfällig über die Flügel sind. Also auch hier könnte Borna Sosa wieder eine tragende Rolle spielen, der mit Flanken, Pässen einfach für Gefahr sorgen könnte. Wichtig wäre halt dann, dass wir vorne einen aktiven Stürmer haben, der nicht schon auf Teilzeit ist, sondern auch noch so richtig mitmachen möchte. Ja, ist halt so. Dann lass halt einen Spieler spielen, der die nötige Ernsthaftigkeit noch hat und sich nicht ständig an irgendwelchen Videoassistenten aufreibt oder so. Mir geht das halt einfach auf den Sack, dieses Gejammer. Sorry, aber ich schweife schon wieder ab. Aber wo auf den Sack gehen, ich sehe gerade, Dennis Aogo hat einen Stammplatz auf der Bank mittlerweile bei Hannover. Ja, der war zwischenzeitlich auch mal verletzt und ich glaube, dass Kenan Kocak jetzt nicht so auf Dennis Aogo setzt. Das ist mein Eindruck. Ich kann es natürlich nicht hundertprozentig sagen, würde mich nicht wundern, wenn er gegen Stuttgart spielen darf, weil du hast es Ausgerechnet. Ja, du hast es ja so oft gesagt, als Dennis Aogo noch beim VfB gespielt hat, du weißt halt genau, was du bekommst von Dennis Aogo. Ja, das ist allerdings wahr. Ja, und gegen Mannschaften wie der VfB jetzt aktuell einer ist, nämlich einer mit viel Ballbesitz und ja, mit einem gepflegten Kurzpass spielt, ist glaube ich ein Dennis Aogo auf der sechster Position nicht die schlechteste Wahl. Ja, und motiviert wird er sein, davon gehe ich aus. Also, da ist noch eine Rechnung offen vielleicht mit dem VfB und dem einen oder anderen Spieler. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn der seine Chance bekommt. Aber auch hier sage ich, wie schon vor dem Spiel gegen Darmstadt und auch wie vor dem Spiel gegen Sandhausen und was es da noch für niederschmetternde Spiele zuletzt für uns gab, wir müssen in Hannover gewinnen. Fertig. Also, wir sind besser als Hannover. Die haben vielleicht einen besseren Stürmer mit Henrik Weiland, der inzwischen schon sechs Mal getroffen hat und auch ein Tor vorbereitet hat. Also, den müssen wir in den Griff bekommen. Aber sonst sehe ich den VfB deutlich besser besetzt. Übrigens, das ist auch noch interessant zu wissen. Wir sprechen ja immer davon, dass uns so ein bisschen der Knipser fehlt. Das wissen wir. Wir haben keinen Stürmer, der regelmäßig trifft. Hannover hat den. Und dann haben wir ja auch gesagt, es fehlt so jemand, der ständig Tore vorbereitet. Auch den hat Hannover mit Marvin Duxch fünf Treffer erzielt, fünf Tore vorbereitet. Trotzdem steht Hannover relativ weit unten. Ja, also, was ich damit sagen will, ist, der VfB macht es nicht so schlecht, wie manche das momentan so darstellen. Also, ich finde, insgesamt tritt der VfB einfach immer noch relativ gut auf für diesen Umbruch, den man auch im Sommer begonnen hat, muss man ja sagen. Und vor allem auch unter Berücksichtigung der letzten Saison. Also, wenn man das mit Hannover vergleicht und jetzt den VfB sieht und dann eben sich Hannover anguckt, da muss man sagen, können wir schon froh sein, dass wir jetzt hier in Stuttgart aktuell Fan der Mannschaft sind, also des VfBs. Also, das ist in Hannover würde ich schwer finden. Ja, in Hannover sieht man auch Nürnberg unsere Mittabsteiger, da sieht es natürlich weitaus finster aus. Und ja, ich habe auch gar keine Probleme mit dem Team, dem Trainer und dem ganzen System Zeit zu geben, ja, wenn man halt eine Entwicklung nach oben sehen würde und die sehe ich halt nicht. Also, für mich ist nach wie vor das Spiel gegen Hannover am ersten Spieltag das beste Heimspiel gewesen. Also, das Derby mal ausgeklammert und seitdem, ja, weiß nicht, ist es für mich irgendwie eine Ansammlung von Kompromissen und Fehlentscheidungen und ja, nicht so gutem Auftreten und deswegen, also, wenn ich eine klare Entwicklung sehen würde, dann könnte ich auch mit, ja, Ausfalls-Niederlagen oder unentschieden leben, aber diese, ja, diese Entwicklung, die geht mir halt einfach so, oder diese klare Entwicklung, die sehe ich halt einfach nicht und wenn dann jetzt halt kurz vor der Winterpause noch dann, ja, Unstimmigkeiten zwischen Trainer und Team irgendwie nach außen getragen werden, dann, ja, bin ich mir halt echt sehr unsicher, ob es diesen positiven Trend dann noch geben wird oder nicht. Gut, kommen wir zum Startelf-Tipp gegen Hannover und lösen erstmal den Startelf-Tipp der letzten Woche auf gegen Darmstadt. War es knapp für mich, Sebastian. Ich konnte dieses Duell für mich entscheiden mit zehn richtigen Tipps. Ja, mit zehn richtigen Tipps und du hast es immerhin auf neun richtige Tipps geschafft, was daran lag, dass du auf Kurbel gesetzt hast. Ja, Mann. Ja, und bei mir war es der Lidawi, der mir dann den Sieg kostete, also diesen Elf-und-Elf-Tipp, so muss man sagen. Ein perfect game, ja. So, genau. Tja, jetzt fällt es mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit der Aufstellung für das Spiel gegen Hannover. Ich lasse dir mal den Vortritt im Tor. Das ist ja schon wieder interessant. Bislang immer gesetzt. Ja, gut, Breto. Jetzt, ich hole gerade beim Kicker gegen Darmstadt Note 2,5. Mit ihm im Tor ist der VfB nach wie vor ungeschlagen. Also insofern spielt auf jeden Fall Fabian Bredlo wieder. Ja, da gehe ich mit. Rechtsverteidiger Stenzel. Da war nur ein. Linksverteidiger wird wieder Castro spielen. Und dann Badstuber kämpft, denke ich, oder? Ja, also ich habe gerade überlegt, ob ich links irgendwas ändern würde. Aber da hast du ja eigentlich nur noch Insura. Sosa kannst du eigentlich nicht auf die linke Seite als Linksverteidiger aktuell stellen. Weil er einfach in der Defensive zu viele Fehler macht. Also, ja, ich glaube, da gehe ich mit dir mit. Ja, kämpf es zurück. Hilft uns das? Wahrscheinlich schon. Also wenn man so überlegt. Ja, wenn er ein Kämpf in Bestform hilft, auf jeden Fall, ja. Ja, die Tempo-Defizite und die Timing-Probleme von Philips, die machen mich schon etwas nervös, muss ich sagen. So, ich notiere nebenbei noch Castro als Linksverteidiger für uns beide. Und dann kommen wir zur Sechs. Siehst du da eine Veränderung? Ja, happy Endo für den Jahresausklang. Nee, der hat ja auch gegen Darmstadt wieder relativ gut gespielt. Also seit er da irgendwie drin ist, sieht das ja ganz, ganz gut aus, finde ich. Und ich mag ihn, also insofern lasse ich wieder Endo spielen. Also wenn ich das richtig sehe, hat Endo diesmal, jetzt muss ich kurz gucken, ob ich das jetzt hier auf die Schnelle noch gelöst bekomme. Ja, er hat nur zwei Kopfball-Duelle gewonnen diesmal und ja, war damit weint unter dem, was er zuletzt so gezeigt hat. Philips mit sechs gewonnenen Kopfball-Duellen der Kopfball-stärkste Spieler gegen Darmstadt. Tja, für mich war das Endos schwächste Spiel bislang hier beim VfB, aber ich sehe jetzt auch eher eine Gefahr darin, nochmal die Sechser-Position zu wechseln, kurz vor der Winterpause. Und Endo hat es nicht so schlecht gemacht, dass man da jetzt tätig werden müsste. Aber ich würde schon sagen, dass man da immer noch nicht die Top-Lösung gefunden hat. Also ich hoffe da weiter auf Mangala, dass der irgendwie diese Sechser-Position dann in der Rückrunde erobern kann und endlich das zeigt, was er in der letzten Saison in Hamburg gezeigt hat. Gut, ja, dann geht es schon weiter. Förster wird gesperrt sein, also da wird es auf jeden Fall eine Änderung geben. Sosa ist bei mir von Beginn an wieder auf der linken Seite. Santi dürfte auch gesetzt sein. Das ist die Frage, Ja, also links glaube ich, genau, Santi muss sowieso spielen, dann halt auf links und Sosa noch davor oder seitlich davor. Also da würde ich auch genauso aufstellen wie jetzt gegen Darmstadt. Und ich glaube, für Philipp Förster hoffe ich, dass Klement wieder eine Chance bekommt. Und ich tippe auf die Davi. Ja, kann natürlich auch sein. Die da wird wahrscheinlich jetzt endlich fit sein, hoffe ich jetzt einfach mal. Wobei, bei ihm weiß man es ja wirklich nicht so richtig. Also ich erinnere da an die letzte Saison, das war ja dann wirklich, er hat sich endlich durch die komplette Saison gezogen, seine Verletzungssorgen. Und man sollte hier äußerst vorsichtig sein und ihn wirklich erst bringen, wenn er zu 100 Prozent fit ist. Aber ich tippe jetzt einfach mal darauf, dass die Davi seine Chance bekommen wird, sich nochmal zu zeigen. Hat ja auch ein gutes Spiel gemacht im ersten Saisonspiel gegen Hannover. Also vielleicht nochmal die Möglichkeit für ihn zu glänzen. Und vorne im Sturm, puh, da, also ich gehe davon aus, dass es kommen ist und wann man die Tuka wieder beginnen. Ich glaube, Silas wird wieder spielen. Ich glaube, das macht definitiv Sinn. Und ich glaube, Gonzales startet mal wieder. Oh, okay. Weil der konnte mich überhaupt nicht überzeugen. weil der von Anfang an spielen muss. Das ist keiner, den du bringen kannst. Aha. Hoffe ich. Keine Ahnung. Okay. Also habe ich notiert. Gut, dann gab es noch einen Bericht, den wir ganz kurz thematisieren werden. Und zwar hat die französische Sportzeitung Le Keep berichtet, dass unser Silas Mamangituka angeblich nicht Silas Mamangituka ist, sondern ein anderer Spieler wäre. Also für mich ist eins klar. Silas spielt beim VfB, ist unser Spieler und alles andere ist mir erstmal völlig scheißegal. Also für mich ist Silas Silas und solange es da keine Fakten gibt, interessiere ich mich nicht besonders für diese Nummer. Mehr gibt es von meiner Seite dazu, muss man genau sagen. Also Silas, Silas und dann erstmal abhaken, genau. Ne, ne, also Weißt du, warum ich lachen muss? Irgendwelche komischen Clickbait-Portale dann hat gefälschte Personalien, ne, es ist ja erstmal nur ein Gerücht und jetzt geht man dem nach oder vielleicht geht man dem auch gar nicht nach, aber diese Stimmungsmache dann, also ganz, ganz furchtbar. Vor allem. Ich habe mir allerdings gefragt, also wenn es wirklich so ist, dass er sich diesen Namen ausgesucht und ausgedacht hat, warum dann so einen komplizierten? War man ein Gituka? Weißt du, er hat er gewusst, dass du im VfB wechselst, er hat sich dann vielleicht lieber irgendwie Häberle oder so ausgesucht. Häberle, ja, das wäre schön. Wobei, Mwumpa Katompa finde ich eigentlich auch ziemlich cool als Nachnamen, muss ich sagen. Also mir wäre es eigentlich fast egal, wie Silas hintenrum heißt. Hauptsache Silas bleibt im VfB und ob er jetzt 20 oder 21 ist, ist mir auch Mwumpa, muss ich sagen. Alles andere müssen wir mal abwarten. Gut, dann kommen wir zu dem Thema, das mich viel mehr emotional tangiert, um es mal so auszupacken. Ja, ist auch weitaus wichtiger. Ja, es geht nämlich um den guten Herrn Thomas Strobl, Innenminister Baden-Württembergs und Landesvorsitzender der CDU hier in Baden-Württemberg. Wir haben letzte Woche schon so ein bisschen darüber berichtet. Es gab jetzt eine Sitzung des Innenausschusses, ich glaube letzten Donnerstag, im Landtag. Und da ging es natürlich noch einmal um das Derby und um die Geschichte, dass knapp 600 KSC-Fans vor dem Derby von der Polizei eingekesselt wurden. Es wurde auch nochmal die Begründung geliefert, abbrennen von Pyrotechnik auf dem Weg vom Bahnhof in Untertürkheim zur Arena, zu dem seien Einsatzkräfte mit Pyrotechnik und Absperrmaterial beworfen worden. Das ist die offizielle Aussage der Polizei. Und der Herr Strobl hat sich jetzt dazu geäußert und meinte, Gewalt und Sachbeschädigung gehen halt gar nicht. Das ist die rote Linie. Und Gewalt gegen Polizeibeamte sowieso mal nicht. Das müssen alle auch begreifen. Soweit so richtig? Gehe ich mit. Ja, keine Frage, klar. So, dann gab es natürlich den Vorwurf, ja Herr Strobl, wir verstehen das schon, dass Sie Gewalt gegen Polizei nicht tolerieren wollen, dass man da eingreifen muss. Aber dass dann von diesen 600 Leuten vielleicht dann doch nicht alle Gewalt gegen Polizisten ausgeübt haben, das müsste man da vielleicht berücksichtigen. Und da meinte Herr Strobl, ja, aber klar ist auch, wenn du in so einer Gruppe bist, hast du ja locker, das ist wie gesagt sein Zitat, hast du ja locker. Das ist Wortlaut, also das ist wirklich bemerkenswert, ja. Hast du ja locker die Möglichkeit, sich davon auch zu entfernen. So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja eigentlich schon ein Witz, dass jemand so antwortet auf die Nachfrage, warum praktisch so viele Fans eingekesselt wurden. Ja, und ich glaube auch nicht, dass der Herr Strobl wöchentlich, irgendwie da, zweiwöchentlich mit irgendeinem Fußballteam auswärts fährt, um das beurteilen zu können. Der hat sich wahrscheinlich noch nicht mal die Aufnahmen der Polizei angeschaut, weil wenn er das gesehen hätte. Aber er hat ja gesagt, dass man klar erkennen konnte, wie, das ist jetzt auch ein Zitat, chirurgisch scharf, die Polizei die Trennlinie gezogen habe, zwischen den normalen Fans und der Gruppe, aus der die Gewalt gekommen sei. Und wir haben ja vor ein paar Wochen gehört, dass da auch Leute, die irgendwie völlig unvermittelt irgendwie aus dem Parkhaus rauskamen, mit eingekesselt wurden. Also so viel zum Thema chirurgisch scharf. Also da muss die auch dann doch schmunzeln. Und das widerspricht sich ja auch zum Teil mit den Polizeiangaben vom 28.11., denn die Polizei sprach ja damals davon, dass man nicht direkt eingegriffen hat, als es eben diese Pyro oder den Pyro-Einsatz gab und diese Absperrmaterialien, die geworfen worden sein sollen, sondern man hat die Leute erst mal weiter marschieren lassen oder weiterlaufen lassen, bis sie eben dann da bei diesem Parkhaus waren und hat dann hinter den Leuten abgesperrt und halt einfach mehr oder weniger willkürlich 600 Leute eingekesselt. Also von chirurgisch scharf kann nur jemand sprechen, der sich damit überhaupt nicht beschäftigt hat, weil es wurde halt klipp und klar so überliefert von Leuten, die da drin standen, dass sie überhaupt nichts damit zu tun hatten mit der ganzen Geschichte, mit der Anreise im Bus, mit der Anreise im Zug, sondern die sind mit dem Auto dahin gekommen und haben sich dann wiederfinden dürfen in einem Polizeikessel und wurden da unter widrigsten Umständen festgehalten, über Stunden und danach davon zu sprechen, zum einen, dass man sich ja da locker aus dieser Gruppe hätte lösen können, das ist einfach so ein Bullshit und macht mich schon wieder so wütend, weil das ist halt wirklich einfach, das ist unfassbar, es wird noch besser, es wird noch besser. Auch noch ein Satz, den ich interessant finde, es ist ja im Grunde genommen nahezu nichts passiert, sagt der Strobl. Und da sage ich richtig und frage gleichzeitig, wieso müssen dann 600 Leute eingekesselt werden, wenn nahezu nichts passiert ist. Also nochmal, ich verstehe, dass Leute ein Problem damit haben, wenn Pyrotechnik im Stadion oder so abgebrannt wird. Ich verstehe auch das Problem, dass Polizeibeamte haben, wenn plötzlich Böller auf sie geworfen werden und so weiter und so fort. Das akzeptiere ich, sehe ich ein und da kann man auch gegen vorgehen. Deswegen gibt es ja dann wahrscheinlich auch Beamte, die da mit Kameras rumlaufen und eingreifen. Da habe ich sogar Verständnis für. Aber wie gesagt, ich habe kein Verständnis dafür, dass man 600 Fans willkürlich einkesselt und danach zu hören bekommen vom Innenminister, dass es ja im Grunde genommen nichts passiert. Also es ist ja nichts passiert. Nahezu nichts passiert, sagt er. Und dafür wurden da wie gesagt Leute unter widrigsten Umständen, ich wiederhole mich da, festgehalten über Stunden. Das ist ein Unding. Also würde ich mich als Betroffener wirklich massiv verarscht vorkommen von Herrn Strobl. Und nochmal, dieser Herr ist von der CDU. Vielleicht hilft das für die nächste Wahlentscheidung dem einen oder anderen. Genau, aber das Schöne ist ja, ich glaube, das ist halt auch so eine Masche, die hat dann vor 10 oder vielleicht auch vor 5 Jahren noch gut funktioniert. Da hat dann die Polizei ihre Pressemitteilung rausgegeben und der Innenminister hat dann sein Statement abgegeben. Aber das halt in der Zwischenzeit übers Netz, über Twitter, über Facebook, über Podcasts halt schon so viel darüber geschrieben wurden, wie willkürlich und unangemessen, die Maßnahmen der Polizei waren. Ich glaube, das hat er auch gar nicht auf dem Schirm und er ist ja einfach zwei Wochen zu spät dran. Und ich glaube, jemand wie der Strobl, der merkt dann auch gar nicht, dass ihm das vermutlich auch gar niemand mehr glaubt, was er da sagt. Weil vor ein paar Jahren hat das wahrscheinlich noch jeder geglaubt, weil das sagte der Innenminister und man hat auch nichts anderes gehört. Aber es gibt halt, ja, über die sozialen Medien, also man kann über sie schimpfen, wie man möchte, dann doch eine, ja, relativ große Gegenöffentlichkeit. Und alle haben gehört, dass Karlsruher Fans wirklich dutzendfach Klage gegen die Polizei erhoben haben. Man hat auch gehört, dass die Klagen dann teilweise von Polizeiwachen nicht angenommen wollen, nicht angenommen wurden oder jedenfalls es versucht wurde. Und das alles ist halt schon, ja, in der Öffentlichkeit. Und insofern kommt dann halt dieses Statement von Herrn Strobl halt erstens relativ spät und glaube ich, fruchtet auch nicht wirklich, weil die Leute halt echt schon auch die Gegenseite gehört haben, die ja wirklich dann vor Ort war und die die Erfahrungen da machen mussten. Und insofern, ja, ist das in dem Fall ganz gut, dass es die sozialen Medien und Podcasts und alles drumherum gibt, dass man auch mal, ja, beide Seiten dann wirklich in ganzer Umfänglichkeit hören kann. Der KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer hat sich zu den Aussagen von Herrn Strobl auch nochmal geäußert und meinte, mit den Aussagen von Strobl kann ich wenig anfangen. Es war eine total überzogene Aktion von der Polizei. Das klingt fast so, als ob aus Willkür gesagt wurde, diese Gruppe aus Karlsruh, die packen wir jetzt in einen Käfig und dort sollen sie ausharren und das Spiel nicht sehen. So, und ich glaube, besser kann man es nicht zusammenfassen, denn genau diesen Eindruck hatte ich auch nach dem, was ich nicht nur von KSC-Fans gehört habe, sondern auch mit Leuten, die, ja, ich sag mal so, aus der Stuttgarter Fan-Betreuungsszene kommen, ja, die haben ja Ähnliches berichtet. Also von daher bin ich da ganz bei Oliver Kreuzer und das ist nicht allzu oft der Fall. Genau, ich kann sagen, das muss schon was heißen, ja. Übrigens, die Aussagen von Herrn Strobl sind natürlich auch interessant, weil ja aktuell, hilft mir da jetzt mal genau, wie das Gesetz heißt, geplant wird. Ich glaube, ich habe es mir jetzt ja einfach nur als Polizeigesetz notiert, aber das ist falsch. Genau, umgangspartlich Polizeigesetze, ja. Ja, also man möchte da praktisch die Rechte bei der Verbrechensbekämpfung für Polizisten ausweiten und die Grünen und die CDU haben sich hier in Baden-Württemberg auch bereits darauf geeinigt. Andreas Schwarz, das ist der grünen Fraktionschef, sagt aber, es wird die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit gewahrt. Also, da müssen wir mal abwarten. Ich finde, am besten hat das Kommando Kantschert das Ganze zusammengefasst, denn die sagen, wer Einsatzleiter, die willkürlich Maßnahmen dieses Ausmaßes anordnen, weitere Spielräume verschaffen will, handelt einfach nur verantwortungslos. Und ich finde, damit ist eigentlich alles gesagt zu der ganzen Sache und ja, also, ich habe mir von den Grünen da etwas mehr Beistand erhofft, um es mal so auszudrücken. Ja, genau, so viel zum Stichwort Bürgerpartei, also das ist dann auch nicht mehr ganz so, wie es mal war. Sebastian, ich sehe, wir sind schon bei der Jugend des VfB angekommen, bei der U19, wir tigern hier förmlich durch die vorletzte Sendung des Jahres. Genau, wir hetzen Richtung Winterpause. Ja, ich bin fast schon stolz auf uns, endlich mal unter zwei Stunden. Mal gucken, ob es was wird. Ja, wahrscheinlich willst du noch Bundesliga gucken, oder? Ich habe mich wirklich und ich schäme mich fast schon, dass du sagen, auf ein Leipzig-Spiel gefreut, aber das liegt eher daran, dass ich gespannt bin, wie Dortmund gegen Leipzig spielt. Willst du wissen, wie es gerade steht? Nee, ich zeichne es auf, bitte nicht spoilern. dann sage ich nichts. Übrigens, gestern. Aber du glaubst es nicht. Oh, gestern übrigens, da muss ich kurz erzählen, wie ich das Spiel gesehen habe. Ich wusste ja, ich habe nicht Zeit, das Spiel nochmal nachträglich anzuschauen. Ich muss es praktisch live analysieren für mich und gleichzeitig muss ich halt auf den Kommentar verzichten. Also normal ist es ja so, ich schaue mir das Spiel immer mit Kommentar an, einmal ohne Kommentar und dann vielleicht nochmal auf VfB-TV. Und das hat die Zeit nicht hergegeben, also habe ich es mir gleich ohne Kommentar auf Sky angeschaut und habe dann immer zwischendurch angehalten und mir dann halt meine Notizen gemacht, die ich heute auch überhaupt nicht angebracht habe, weil wir ständig über Tim weiter diskutiert haben. Umso ärgerlicher ist das Ganze, weil ich war dann irgendwie erst um halb eins oder so im Bett. Da ärgere ich mich natürlich jetzt so ein Stück weit drüber. Aber sei es drum, es war trotzdem eine merkwürdige Erfahrung, weil ich trotzdem gleichzeitig auf Twitter immer noch so ein bisschen gelesen habe, was die Timeline so von sich gibt. Und ich wurde dann praktisch immer schon so ein Stück weit gespoilert, was für mich kein großes Problem ist bei Auswärtsspielen, weil ich da emotional, also wenn ich ein Spiel schaue und gleichzeitig analysiere, ist bei mir mit der Immunationalität nicht allzu weit her. Also dann gucke ich das Spiel und konzentriere mich aber mehr darauf, was die Spieler so machen und die Emotionen schraube ich ein Stück weit zurück. Die kommen dann vielleicht bei der Podcastaufnahme raus. Gut, Emotionen, Emotionen, was für eine Überleitung. Die gab es bei der U19, denn die VfB U19 hat es geschafft und ist ins Halbfinale des DFB-Pokal der Junioren eingezogen. Mit einem 2-0-Sieg gegen den VfL Bochum. 38. Minute und in der 38. Minute Moment, das muss ich jetzt auch noch sagen. Hamza Zitinkaya war es in der 38. Minute mit dem 1-0 für den VfB und in der 57. Minute traf Benedikt Hollerbach zum 2-0. Ich weiß nicht genau, wann die Auslösung stattfindet für das Halbfinale, aber ich freue mich, dass die U19 weiter so erfolgreich Fußball spielt. jetzt erstmal eine kurze Pause einlegen darf und dann natürlich am 4. und 5. Januar in Sindelfingen beim Junior Cup auftreten wird und darauf freue ich mich schon ganz besonders. Gut, dann kommen wir nochmal ganz kurz zur Mitgliederversammlung. Wir haben ja am vergangenen Sonntag schon eine Ausgabe dazu produziert zusammen mit Ron und Dani von der Nachspielzeit. Die hat mir im Nachhinein ganz gut gefallen. Ich wusste ja nicht so genau, wie funktioniert das mit den Umgebungsgeräuschen und kann ich mich darauf konzentrieren, währenddem um mich herum abgestuhlt wird, wie man so schön sagt. Aber es war ganz launig, glaube ich. Ein furchtbares Wort, oder? Ja, bestimmt. Mein Gott, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, du hast absolut recht. Schön. Gut, also nochmal zurück zur Mitgliederversammlung. Allzu viel ist jetzt im Nachhinein eigentlich gar nicht bekannt geworden. Ich habe ein Stück darauf spekuliert, dass es vielleicht nochmal konkretere Aussagen von Klaus Vogt gibt zu einzelnen Personalien, dass es vielleicht schon so eine Art Wasserstandsmeldung gibt, was der Aufsichtsrat so offenbart hat. Da gab es ja gestern um 11 Uhr das erste große Meeting und wahrscheinlich auch das erste große Hallo für Klaus Vogt. Vielleicht dachte er sich dann auch für einen kurzen Moment, Mensch, diese 64,83 Prozent. Klingt gut, aber naja, gut, wir warten mal ab, was da so rausfällt in den nächsten Tagen. Aber festhalten kann man ja ganz kurz, dass heute dann die offizielle Meldung rausging, dass Klaus Vogt als Vorstand des FC Playfair zurückgetreten ist, weil sich dieses Amt mit dem des Präsidenten des VfB nicht vereinbaren lässt. Das hat er auch ein Stück weit schon angekündigt. Er ist jetzt da den konsequenten Schritt gegangen und hat dann den Vorsitz dort ruhen lassen. Ja, er hat auch noch ein paar andere Sachen gesagt, die ich interessant fand. Zum Beispiel hat er sich zu Rainer Adrian zum Beispiel geäußert. Da wurde er gefragt, ob Rainer Adrian definitiv in den Aufsichtsrat mit einziehen wird. Und da meinte er, ich kann und will niemandem etwas versprechen. Also er legt sich da nicht so konkret fest. Und es war auch mein Eindruck am Sonntag, als ich da mit dem einen oder anderen gesprochen habe, dass Rainer Adrian zwar eine Rolle übernehmen wird, aber ob das jetzt im Aufsichtsrat sein wird, muss man erst mal abwarten. Also da bin ich mal gespannt, wie das jetzt in den nächsten Tagen weitergeht, vielleicht auch erst Wochen. Was ich auch interessant fand, war die Äußerung von Klaus Vogt, dass sein erstes Projekt, das er angehen möchte, die Gründung einer Fanabteilung sein wird. Und da haben wir, glaube ich, am Sonntag gar nicht drüber gesprochen. Nee. Da würde mich mal deine Meinung zu interessieren. Also ein weiteres Gremium. Was hältst du davon? Kann ich mir echt noch gar keine Meinung drüber bilden, weil ich jetzt auch zum Beispiel gar nicht weiß, wie sich diese Fanabteilung jetzt vom schon bestehenden Fanausschuss zum Beispiel unterscheiden soll. Also was ist die genaue Aufgabe, wer soll drin sitzen und so weiter. Also ich finde es mal spannend, kann aber noch gar nicht sagen, ob ich es gut oder schlecht finde, weil ich jetzt echt noch aus den noch relativ luftigen Äußerungen, unkonkreten Äußerungen noch so gar nicht entnehmen konnte, was dieses Gremium überhaupt machen soll und wie sich es halt vom Fanabteilung überhaupt unterscheidet. Also im Prinzip finde ich es schon okay, dass man sowas versucht anzustoßen, aber auch ich weiß natürlich noch nicht genau, wie das dann aussehen wird. Ich habe halt so ein Problem damit mit zu vielen Gremien innerhalb eines Vereins. Also das siehst du in Köln, was das für Ausmaße annehmen kann. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten, aber ich sehe es auch so, dass man vielleicht erstmal abwarten sollte, was das konkret jetzt sein soll, diese Fanabteilung und werde mich dann festlegen, ob ich es gut oder schlecht finde, aber ich glaube, weniger Gremien sind manchmal besser als zu viele Gremien. Also mal abwarten, wie das dann, wie gesagt, final aussehen wird. Was ich auch interessant fand, war die Aussage von Klaus Vogt, dass es ein Treffen geben wird mit Christian Riedmüller, also dem unterlegenen Präsidentschaftskandidaten. Das hat man sich wohl im Vorhinein schon so miteinander ausgemacht, dass man sich nochmal trifft, dann wahrscheinlich abseits der Kameras und der Presse, sondern dann eher halt einfach, weiß ich nicht, im stillen Kämmerlein einfach nochmal darüber spricht, wie der Wahlkampf so lief und Christian Riedmüller hat ja auch schon angeboten, dass er bereit wäre, eine Position zum Beispiel im Aufsichtsrat übernehmen zu wollen. Er möchte dem Verein treu bleiben und er schließt das, wie gesagt, für sich nicht aus, dass er irgendeine Position hier einnehmen könnte und ganz ehrlich, da bin ich absolut auf Christian Riedmüllers Seite. Ich würde mich freuen, wenn Herr Riedmüller nicht nur als Redner bei zukünftigen Mitgliederversammlungen auffallen würde, sondern vielleicht dann eben auch in irgendeinem Gremium auftauchen würde. Wie siehst du es? Ja, das haben ja auch alle am Sonntag dann eigentlich gesagt, also wir waren uns ja eigentlich einig, dass Christian Riedmüller mit seiner letzten Rede auf der MV wirklich nochmal pumpen konnte, ja mit seinem emotionalen Auftritt und auch mit der, seiner Botschaft, dass er halt irgendwie jemand ist, der unangenehm ist und dann nicht angepasst und vielleicht auch mal irgendwie etwas sagt, was dann nicht ganz oder nicht jedem gefällt und da waren sich glaube ich schon alle der Meinung, hey, so einen könnte man auch in den Gremien gebrauchen in irgendeiner Funktion und ja, ich glaube, mich würde es auch freuen, wenn er dem Verein erhalten bliebe. Dann möchte ich auch nochmal ganz kurz das Thema Einzelentlastung hier anführen und nochmal genüsslich das Ergebnis verkünden. Wolfgang Dietrich wurde von 78,86 Prozent der anwesenden Mitglieder nicht entlastet. Was er dazu zu sagen hat, interessiert mich herzlich wenig. Grüße an den Stücker der Nachrichten. Also von daher. Wir wollen, das Lustige ist ja, dass dann Wolfgang Dietrich sagte, naja, es haben ja nur so wenige Leute ihn nicht entlastet auf die Gesamtheit der Mitglieder gesehen. Das kann er nicht ernst nehmen. Aber man muss sagen, die Leute, die ihn gewählt haben, das waren halt auch nicht mehr als absolute Zahl. Und das hat er ja sehr ernst genommen. Also insofern, glaube ich, tut man gut daran, ihn einfach nicht mehr zu befragen. Siehst du, diese Wahl damals von Wolfgang Dietrich, die konnte ich nicht ernst nehmen. Also, da haben Wolfgang Dietrich und ich endlich mal was gemeinsam. Gut, Bernd Geiser, für mich überraschend, wurde mit 78,23 Prozent entlastet, weil für mich Bernd Geiser schon noch so ein Überbleibsel von Wolfgang Dietrich ist. Er ist natürlich jetzt nicht der gleiche Charakter. Ja, ich glaube, Bernd Geiser ist da schon noch ein, wie soll man es ausdrücken, mehr Profi, muss man so ausdrücken. Ja, so kann man es, denke ich mal, sagen. Aber trotzdem gehört er halt zu den Leuten, die Wolfgang Dietrich den Rücken gestärkt haben und auch, ja, klar auf seiner Seite standen. Und ich erinnere mich an eine Veranstaltung, ich glaube, das war VfB im Dialog, als Wolfgang Dietrich relativ klar gemacht hat, dass Bernd Geiser sein Mann ist. und deswegen fand ich die 78,23 Prozent, die für die Entlastung von Bernd Geiser gestimmt haben, schon ein beachtliches Ergebnis, muss ich sagen. Ich dachte, das wird etwas weniger. Weiß nicht, ob du da mit... ging mir auch so, also ich fand es überraschend hoch. Also, dass er entlastet wird, ist, denke ich, okay. Und, aber das ist dann knapp 80 Prozent, man hat mich auch gewundert, ja. Thomas Hitzisberger? Vermutlich, weil er so charmant durch den Nachmittag geführt hat. Das hat er wirklich sehr gut gemacht. Hat er wirklich gut gemacht, Frage, ja. Der Herr Geiser kann das, ist ein super Moderator, muss man sagen, und ich fand ihn auch schon beim Dunkelroten Tisch, damals im Schweinemuseum, sehr gut. Also, ja, also durch Abende führen oder in dem Fall Nachmittage, das gelingt Herrn Geiser ganz gut. Müssen wir mal gucken, ob das im Präsidium in Zukunft auch wieder bergauf geht. Ja, vielleicht orientiert er sich künftig irgendwie an Klaus Vogt oder so und dann wird alles wieder viel, viel besser. Weil, ja, er hat halt irgendwie bei mir persönlich einfach so das kleine, Problem, muss ich sagen, dass er halt schon Dietrichs Vertrauter war. So kam es mir jedenfalls vor. Na gut, seit dem 14. Juli, als er eigentlich aus den Abteilungen berichten sollte und dann die Gelegenheit genutzt hat, um ein Plädoyer für Wolfgang Dietrich zu halten, das haben viele nicht vergessen. Also, und das ist halt einfach so und deswegen hat er natürlich so, ja, so ein kleines Päcklein, was er mit sich rumträgt, in der Sicht vieler Fans und ja, jetzt kann man abwarten, aber das vergessen die nicht. Das kam ja auch bei der Aussprache raus, auch was der Tim gesagt hat, also sei es Präsidium oder Beirat, der 14. Juli ist nicht vergessen. Also, er verblasst so ein bisschen, aber er ist nicht vergessen. Thomas Hitzesberger wurde mit 95,52% entlastet. Enttäuschendes Ergebnis für Thomas Hitzesberger. Ja, total. Ich meine, wer sind denn die viereinhalb Prozent, die ihn nicht entlasten? Also, schlimm, gleich ausschließen aus dem EV. Wahrscheinlich ehemalige Schalker oder so, die immer noch diesen Strahl oder haben sich verklickt oder irgendwie sowas. Ja, es würde mich auch mal interessieren, wer der Meinung ist, Thomas Hitzesberger sollte nicht entlastet werden. Ich habe leider das Ergebnis jetzt gerade nicht vor mir, wie viele Enthaltungen da noch dabei waren, aber das ist echt interessant. vielleicht wirklich verklickt. So, Vereinsbeirat wurde auch entlastet. Ja, das kann man vielleicht auch noch erwähnen. War für mich jetzt aber wenig überraschend, weil ich glaube, der Vereinsbeirat hat in den letzten Monaten die ganze Situation, die ja dann doch etwas holprig war, ganz gut gemeistert, oder? Also, umso gut. Ja, schon. Also, aber wie gesagt, für mich ist der Vereinsbeirat als ein Gremium ja auch schwer greifbar, weil es sind immerhin neun Leute und ich glaube, auch da gibt es halt wieder unterschiedliche Strömungen. Ich hätte es tatsächlich interessant gefunden, wenn auch der Vereinsbeirat einst entlastet worden würde. Ja, und da hätten wir mal sehen können, wie sich dann die einzelnen Personen so schlagen, aber ich glaube auch dann wiederum, wie gesagt, es sind neun Leute und dass so der gemeine Fan, der sich nicht so übertrieben viel mit dem VfB beschäftigt, wie wir das tun, vielleicht auch gar nicht alle neun dann kennt und die dann wirklich valide entlasten kann oder nicht. Aber das hätte ich doch interessant gefunden. Ja, da gebe ich dir recht. Da hätte es vielleicht bei dem einen oder anderen nochmal die Möglichkeit gegeben, ein Zeichen zu setzen, um es mal so auszudrücken. Ja, aber insgesamt bin ich zufrieden damit, dass der Vereinsbeirat entlastet wurde. Damit kann ich ganz gut leben. Wir haben es, glaube ich, in der letzten Ausgabe ja erwähnt, dass die, oder der Änderungsantrag, wie war der genaue Wortlautänderung der Satzung, ich glaube, Ziffer 8 war es, der Geschäftsordnung oder so in der Art. Das ging durch. Da ging es darum, dass in Zukunft auch per Handzeichen beziehungsweise per Karten abgestimmt werden kann mit 94,28 Prozent. Also auch hier gab es über 5 Prozent, die der Meinung waren, nee, also da bin ich absolut dagegen. Auch das ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch immer wieder ein Stück weit eine Überraschung. Es kann natürlich auch sein, dass manche die Frage nicht verstanden haben oder überhaupt nicht wissen, um was es da gerade ging. Also das ist ja auch noch möglich. Aber überrascht mich schon, dass nach der Mitgliederversammlung am 14. Juli noch jemand auf die Idee kommt, zu sagen, nö, also bei einer Setzung muss man nichts ändern. Also das können wir nicht genau so wieder durchziehen. Wenn es halt nicht klappt, klappt es halt nicht. Dann gehen wir wieder. Finde ich schon interessant. Gut. Präsidium hat auch ein neues Mitglied bekommen, nämlich Rainer Mutschler, der ja schon administrativer Leiter, der das Nachwuchsleistungszentrum ist. Und er wurde knapp ins Präsidium gewählt, wird da bis 2021 seinen Platz sicher haben. Da haben wir schon, glaube ich, in der letzten Ausgabe genügend drüber gesprochen. Auch über Marc-Nikolai Schlecht, der in den Vereinsbeirat gewählt wurde, ebenfalls bis 2021. Das war natürlich schon eine Überraschung. Aber ich glaube, für mich war die größte Überraschung, dass der Herr Pfeiffer wirklich so abgestraft wurde. Also als Einziger, der überhaupt zur Wahl stand an diesem Nachmittag, hat er ja wirklich die ganze Packung bekommen. Und ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass einfach so eine Aufbruchstimmung momentan im Verein spürbar ist, dass man einfach, ich sage mal, alte Zöpfe abschneiden möchte. Und das meine ich jetzt gar nicht so despektiert, wie es sich vielleicht anhört. Aber anders kann ich mir eigentlich dieses Ergebnis nicht erklären. Nee, also er war ja auch einer von denen, die sich im Juli pro Dietrich dann positioniert hatten. Ja, aber irgendwie ist er, glaube ich, echt so Opfer der allgemeinen Stimmung und dieses Veränderungsgedanken geworden ist. Das stimmt schon. So, dann kommen wir noch zur wahrscheinlich größten Mitteilung vom vergangenen Sonntag, nämlich, dass Stuttgarter Hofbräu in Zukunft unser neuer Bierpartner sein wird im Neckarstadion. Ich weiß nicht, Sebastian, bist du Biertrinker? Ja. Gut. Dann kannst du mir jetzt mal zum Beispiel als jemand, der nicht so häufig Bier trinkt, erklären, ob Stuttgarter Hofbräu jetzt besser ist als Grombacher und ob Stuttgarter Hofbräu besser ist als Dinkelacker oder warum sich da alle so gefreut haben. Liegt es nur daran, dass Stuttgarter Hofbräu halt einfach ein Stuttgarter Bier ist oder was ist daran zu kommen? Ja, ich glaube schon. Also ob es jetzt besser schmeckt als Grombacher, kann ich gar nicht sagen. Also ich trinke ehrlicherweise kein Stuttgarter Hofbräu, aber ich finde, es ist definitiv besser, also wenn es ein Bier gibt, das in Stuttgar, ja, gebraut wird und auch noch den Namen Stuttgarter im Namen trägt, dann ist es natürlich für den Stuttgarter Fußballverein definitiv besser als irgendwie so ein Fernsehbier und da ist der Geschmack dann glaube ich auch ganz egal. Wobei ich glaube, dass Stuttgarter Hofbräu inzwischen auch zu dieser Radeberger Gruppe gehört, oder? Natürlich gehören die zur Radeberger Gruppe und ich glaube, die gehören ja wiederum zu Dr. Oetker, aber es wird glaube ich nach wie vor in der Böblinger Straße gebraut und ich meine, auf dem Label steht halt einfach Stuttgarter Hofbräu. Insofern finde ich das dann schon gut. Okay, kann ich auch mit leben. Grombacher war wirklich ungenießbar, das konnte selbst ich als Nicht-Bierkonsument ganz gut feststellen und ja, der Vertrag mit Grombacher läuft wie gesagt nach dieser Saison aus. Bislang hat Grombacher zwei Millionen überwiesen an den VfB Stuttgart pro Jahr und das wird bei Stuttgarter Hofbräu ähnlich ausfallen, aber nur, wenn der VfB aufsteigt. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch die Summe sein wird, sollte der VfB nochmal in der zweiten Liga spielen müssen, aber sollte der VfB aufsteigen, zahlt Stuttgarter Hofbräu zwei Millionen Euro im Jahr dafür, dass sie sich Stuttgarter Bier oder VfB Bierpartner nennen dürfen. Für Grombacher ist das das Aus, wie man so schön sagt, nach neun erfolgreichen Jahren. 2011 ist Grombacher Bierpartner geworden und wie gesagt, jetzt ist, ja, da hat es sich ausgesoffen oder wie man auch sagen möchte dazu. Es gab noch Gespräche mit Dinkelacker, da waren auch, oder manche waren irgendwie enttäuscht, dass es Dinkelacker eben nicht geworden ist, weil sie der Meinung waren, das ist das bessere Bier. Wie gesagt, ich bin eigentlich der Falsche, der sich zu diesem Thema äußern sollte, denn ich trinke einfach viel zu wenig Bier, um hier wirklich dann das Ganze einschätzen zu können. Genau, und Hofbräu ist jetzt Bierpartner, ich finde das ist ein total geiles Wort, Bierpartner. Der gefällt mir auch. Bis 2025 und es gab heute ein Interview, das können wir vielleicht verlinken, ich schicke dir den Link dann noch, mit einem, keine Ahnung, einem von Stuttgarter Hofbräu, Marketingchef, Geschäftsführer, also ein relativ hohes Tier, und da ging es halt um diese Partnerschaft mit dem VfB und da ging es dann auch darum, welche Getränke dann nächste Saison ausgeschenkt werden im Neckarstadion und es wird, ich bin es auf die Stelle nicht, es wird ausgeschenkt Stuttgarter Hofbräu, Pilz und dann von März bis Oktober, von Oktober bis März, also saisonal, auch noch Stuttgarter Hofbräu, Radler und im Businessbereich wird dann auch ausgeschenkt das Radler, Naturtrüb und Stuttgarter Hofbräu Weizen und ich hatte es bei uns auf der Facebook-Seite gepostet und dann gab es ein kleines Hefegate, also einen kleinen Shitstorm, weil unter Krombacher gab es Weizen fürs ganze Stadion und so, wie das jetzt der Herr, der Hofbräu-Sprecher Martin Alba angekündigt hat, gibt es Weizen in Zukunft nur noch im Businessbereich und da laufen jetzt auch schon die ersten Fans ein bisschen Sturm. Ja, keine Sorge, es wird ja eher das umgebaut zum Businessbereich, also ihr könnt ja dann in Zukunft auch in der Cannstatter Kurve euch das Hefe-Weizen holen. Genau, Hefe-Weizen holen und dann wird auch dann vielleicht mit offener Flamme gekocht und wahrscheinlich gibt es noch Craft Beer. Aber ich kann kurz zitieren, auf welches Sortiment dürfen sich die Fans im Stadion freuen? Im Außenbereich schenken wir ganzjährig unser Pilzenhaus, hinzu kommt in den Monaten März bis einschließlich Oktober unser Radler. Im Businessbereich gibt es zusätzlich unser Malteser Hefe-Weizen so wie naturtrübes Radler. Saisonal können Spezialitäten hinzukommen. Und erstaunlich, also Radler nur im Sommer. Ganz komisch, oder? Also das mit dem Weizen, da könnte ich jetzt schon sagen, sobald das dann amtlich ist, also ab der neuen Saison, werde ich meinem Sitznachbarn sagen. Dein Dealer. Genau. Bring mir mal Bananenweizen. Und dann schicke ich den nämlich los. Daran kann ich mich noch erinnern, als ich 18 war oder so, wurde in den Clubs hier in der Nähe oft das Bananenweizen oder Korea getrunken. Kennst du natürlich noch. Das waren die Jugendgetränke meiner Zeit. Ja, heute trinkt man natürlich ganz andere fancy Getränke und nicht so langweilige Sachen wie wir damals, Sebastian. So, und schön finde ich auch noch und dann wird noch gefragt, und alkoholfreies Bier und dann antwortet der Hofbräu-Sprecher, alkoholfreies Bier ist momentan nur für sogenannte Hochsicherheitsspiele vorgesehen. Das finde ich auch schön. Also das heißt, um das jetzt auch noch ganz kurz anzusprechen, es gibt richtiges, vollwertiges Bier. Also nicht diese, also normales Stuttgarter Hofbräu, das ist ein Pilsener, das gibt es und in den Sommermonaten von März bis Oktober Radler. Aber es ist normales Bier. Okay, ich freue mich drauf. Also eins trinke ich, dann ist ja eh feierabend bei mir. Gut, dann gibt es noch eine interessante Neuigkeit, die Thomas Hitzisberger in seiner Rede rausgehauen hat. Und zwar plant der VfB ein neues Klubzentrum. Die Gespräche mit der Stadt Stuttgart laufen bereits und Thomas Hitzisberger meinte dazu, mittelfristig brauchen wir ein Klubzentrum, das den Ansprüchen des heutigen Profifußballs Rechnung trägt. Unser Klubzentrum ist fast 40 Jahre alt und man merkt es ihm an. Man merkt es ihm vor allem nicht nur an, das sage ich jetzt, sondern man sieht es ihm auch an, denn das war wirklich lustig, als ich am Sonntag zur Mitgliederversammlung gefahren bin, bin ich ganz langsam am Klubzentrum vorbeigefahren und dachte mir so, das sieht echt aus wie so eine Bauru, also nicht Bauruine, aber so ein Überbleibsel aus wirklich den 70er Jahren. Also es ist halt einfach runtergerockt inzwischen und als er es dann bei der Mitgliederversammlung angesprochen hat, muss ich sagen, habe ich gesagt, ja, das ist gut, das muss der VfB in Angriff nehmen, ein neues Klubzentrum, das brauchen wir, finde ich gut, dass da jetzt dann auch nochmal was getan wird. Du warst ja auch nur, also warum ist man mit der Stadt im Gespräch? Ja, vielleicht können die da einen Teil übernehmen, weiß nicht, oder vielleicht möchte man sich vergrößern oder keine Ahnung. Also grundsätzlich ein Problem, weil sowas ist ja auch nicht ganz günstig, also wo kommt das Geld her? Wenn man sich vergrößern will, wo kommt der Platz her? Also du hast da unten ja auch keinen Platz mehr und so weiter, also da bin ich mal gespannt. Also er hat das ja irgendwie doch relativ unerwartet dann so gedroppt irgendwie auf der MV. Ja, wie schnell das dann konkret wird? Also ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast, aber kann es sein, dass aufgrund dessen, dass der VfB ja ein Verein ist, dass deswegen die Stadt da irgendwie mit zur Kasse gebeten wäre, kann oder so? Also ich verstehe es halt beim Stadion, weil ja die Stadt da mit Betreiber halt ist, dass die da natürlich dann bei der Modernisierung was auch zu sagen hat. Aber jetzt, wenn jetzt der VfB, e.V., wo auch die AG dann angesiedelt ist, sagt, wir bauen halt uns eine neue Hütte dahin, da sehe ich jetzt irgendwie keinen Handlungsbedarf von der Stadt. Also es sei denn, man will irgendwelche Flächen umwidmen, die vielleicht für Sportstätten gedacht waren und jetzt irgendwie ein Clubhaus werden sollen. Aber ich wüsste jetzt erst mal nicht, wie die Stadt da irgendwie mit drin hängt. Also ich glaube auch nicht, dass man schon sehr konkret geplant hat, weil sonst hätte man wahrscheinlich irgendwie so ein 3D-Modell oder sowas gezeigt. Wahrscheinlich, ja. Kann ich mir richtig vorstellen, wie der Hitz dann mit so einem Zeigestab da steht und zeigt, hier landet dann der... Da kommt mein Büro hin, ja. Hier landet dann der Jens Lehmer mit seinem Hubschrauber. Das waren noch Zeiten. Naja, also das war es eigentlich soweit von der Mitgliederversammlung. Wie gesagt, es war eine sehr harmonische Veranstaltung, die Mut gemacht hat für die nächsten Monate, muss man leider sagen. Ja, so ein bisschen hat der VfB das dann direkt wieder mit dem Arsch eingerissen, was der EV einen Tag zuvor aufgebaut hat. Aber gut, irgendwie... Ich habe es am Sonntag gesagt. Ja, es ist die DNA des Vereins. Man kann sich ja nicht immer darauf einstellen, dass irgendwas immer schief gehen muss. Und jetzt ist es halt dann eben eher das Sportliche. Aber gut, vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Gut, dann gibt es jede Menge Transfer-Updates oder beziehungsweise Transfer-Gerüchte inzwischen. Wir haben uns wieder dazu entschlossen, über Transfers erst im neuen Jahr reden zu wollen. Sprich, wenn dann auch wirklich das Transferfenster offen ist. Ihr kennt das vielleicht noch von der Sommerpause. Auch da haben wir über Gerüchte und natürlich dann finale Transfers erst gesprochen, als dann das Transferfenster öffnete. So werden wir es diesmal auch machen und werden deswegen in dieser Sendung nicht konkret auf irgendwelche Gerüchte eingehen, die auch häufig sehr vage sind und ja, macht für mich jetzt wenig Sinn, da lange drüber zu diskutieren, ob irgendein Spieler jetzt geeignet ist, hier beim VfB einen Vertrag zu unterschreiben oder eben nicht und dann kommt er eh nicht. Also warten wir es ab. Ich gehe nicht davon aus, dass allzu viel passieren wird. Es könnte vielleicht ein, zwei Abgänge geben, das ist so meine Vermutung und ja, vielleicht einen, vielleicht zwei Neuzugänge, aber viel mehr erwarte ich da ehrlich gesagt nicht. Oder Sebastian, siehst du es anders? Nee, nachdem Misshint hat ja ankündigt, ist eigentlich gar nichts passiert, glaube ich auch, dass die, dass sich die Transferaktivitäten des VfBs doch auf ein relativ enges Maß beschränken werden. Gut, dann sind wir soweit durch und ich weise nochmal darauf hin, dass es natürlich immer noch das Vertikalbuch zu kaufen gibt auf vertikalbuch.de, das ist die VfB Stuttgart Fußballfibel. Ich habe sie schon so oft gelobt, dass es mittlerweile wahrscheinlich fast schon albern wäre, das jetzt nochmal zu tun. Ich kann es euch einfach nur empfehlen. Mach es ruhig, mach es ruhig. Ich sage einfach nur, kauf dieses Buch. Also jeder VfB-Fan muss dieses Buch zu Hause haben und ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen. Also mehr kann ich inzwischen nicht mehr dazu sagen. Und gleichzeitig möchte ich noch auf Dennis hinweisen. Wie immer, er braucht noch ein paar Euros, denkt dran, es ist Weihnachten, jeder hat vielleicht einen Euro übrig, manche vielleicht sogar zehn, der eine oder andere vielleicht sogar hundert und es gibt bestimmt noch Leute, die ein Tausender zu viel haben. Und die können den Dennis unterstützen. Es gibt eine GoFoundMe-Kampagne, Dennis versucht 110.000 Euro zusammen zu bekommen und kann dann nach Barcelona zu einem Spezialisten gehen, der ihn dort behandelt und versucht zu helfen, so dass Dennis vielleicht dann in absehbarer Zeit mittelfristig irgendwann mal wieder ins Stadion gehen kann und vielleicht auch einen Radler trinken kann. Also denkt doch mal daran. Davon hätte Dennis wahrscheinlich immer geträumt, dass er mal einen Stuttgarter Hofbräu im Stadion trinken kann und wir können ihm diesen Wunsch erfüllen, indem man einfach auf GoFoundMe geht und den Dennis ein Stück weit unterstützt. Die Links zu dieser Kampagne und natürlich auch zur Geschichte von Dennis findet ihr wie immer auf vfbstr.de. So, Sebastian, Folge 86, wir sind durch. Ich bedanke mich bei dir. Gerne. Wenig Analyse heute, dafür, ich würde mal sagen, ja, ein Stück weit auch ein bisschen, ja, Trübsal. Ja, ein Podcast geschnuppt. Hoffen und Bange. Ja, ja, so könnte man sagen. Oh Mann, ich hoffe einfach, dass das irgendwie gut geht jetzt. Gut, dich findet man auf Twitter unter at butze und deinen wundervollen Vertikalpass unter at vertikalpass und natürlich auch unter vertikalpass.de. Vielen Dank, dass du dir heute Abend wieder Zeit genommen hast, um mit mir so ein bisschen über dieses Spiel zu reden. Wirklich, Sebastian, das möchte ich heute etwas länger gestalten, diese Danksagung, denn es ist nicht selbstverständlich, dass sich hier jemand mehr oder weniger alle zwei Tage mit mir hinsetzt und stundenlang über den VfB spricht, sich alle Spiele wirklich bis zum Erbrechen anschaut. Also das war ja manchmal auch schon schwierig in diesem Jahr. Also vielen, vielen Dank da an dich, dass du dir so viel Zeit genommen hast in den letzten Monaten, um mit mir hier diesen Podcast zu produzieren. Gerne, gerne. Es ist ja auch immer so ein bisschen Therapiestunde und das Ganze, was sich dann da so intern aufstaut, mal abzuladen. Also es hilft auch, das freut mich. Gut, also dann hören wir uns alle am Sonntag nochmal wieder. Genau so haben wir es verabredet und am Montag wird dann die Folge erscheinen. Wir nehmen am Sonntag auf und dann geht es in die Winterpause. Wundert euch also nicht, wenn es dann ein paar Tage keine neue Folge geben wird, aber ja, zu Beginn des Jahres sind wir dann wieder zurück mit Transferupdates und natürlich dann auch vielleicht mit dem einen oder anderen ja, Sonderprozess. Ja, wir haben ja vielleicht noch ein oder andere Thema abseits vom Tagesgeschehen, was man da noch irgendwie aufarbeiten kann, aber ja, so ein bisschen Winterpause brauchen wir dann glaube ich auch, um die Akkus wieder aufzuladen, um dem VfB auch im Jahr 2020 dann irgendwie aushalten zu können. Dann wünsche ich euch noch eine angenehme Restwoche und wir hören uns am Sonntag wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.